Ja, herzlich willkommen in der Strukturlosigkeit. Die letzten Shows sind aufgenommen. Late Night Berlin ist in der Winterpause. Ab jetzt wird improvisiert. Keine festen Termine mehr. Na mal gucken, wie wir da so in den nächsten harten Lockdown hinein sliden. Das ist wirklich katastrophal, wenn Typen wie wir auf einmal nichts mehr zu tun haben. Wenn wir auf Privatleben angewiesen sind. Horror. Also Privatleben ist schön, aber es ist immer toll, wenn von außen eine strukturgebende Macht und Kraft dafür sorgt, dass man so ungefähr weiß, wann was ist. Also ich habe gestern, heute ist Dienstag, gestern war Montag. Ich habe gestern vergessen, welcher Tag ist. Also am Montag. Ich habe sofort das Gefühl für Wochentage verloren. Ich habe sofort, mein Biorhythmus ist völlig, ist so ein wild durch die Gegend rennendes Ding. Keine Ahnung, wie das noch funktioniert und wie ich es wieder einfangen soll. Und ich fühle mich sofort total verloren. Und ich, ja. Muss man vielleicht nochmal präzisieren. Also der an die Hand neben Jakob würde sagen, was ist eigentlich vorgefallen, liebe Zuhörer? Ich überlege gerade, was vorgefallen ist. Wir haben alle Shows 2020 abgeschlossen. Wir waren das letzte Mal am Samstag im Studio und da ist der Konfetti-Regen auf uns runtergeprasselt und auf einmal wussten wir, ab jetzt ist Privatleben. Und jetzt muss man so heimkehren, wie aus dem Krieg. Kommt man so heim und man muss sich da angucken, was ist eigentlich zu Hause passiert und wie kann man es wieder gerade biegen. Also ich würde das jetzt gerne so weiterspinnen, wie in so einem Böll-Roman, also wie du dann so völlig versehrt mit einem Auge und einem halben Bein nach Haus kommst. Ja, mit dem Fritz-Walter-Express. Und da sitzt dann aber... So ist es manchmal nach einem Duell um die Welt, Leute. Und da sitzt dann aber ein anderer Mann schon drin am Feuer, weißt du? Das sind ja dann auch so die schlimmen Geschichten nach 45. Ja, da muss man aber auch sagen, ich kann es verstehen, du dachtest, ich wäre tot. Muss ich erstmal den Bub verprügeln? Misch mal ins Gedächtnis rufen, mein Kleinen. Zehn Jahre nicht gesehen. Also ich habe tatsächlich am Samstag jetzt was nicht ganz so Schlimmes gemacht, sondern ich habe aber mit einer Bowlingkugel Fußball gespielt und das ziemlich engagiert. Boah, das hat mir so Spaß gemacht. Und deswegen bin ich tatsächlich wie so ein Humpel nach Fredi dann wirklich nach Hause gekommen. Nicht, dass ich vorher nicht auch zu Hause gewesen wäre. Privatleben ist nicht das Problem, muss ich nochmal herausarbeiten. Das ist die schöne Sache. Aber trotzdem ändern sich ja doch irgendwie so diese ganzen Zeiten. Und so sehr man sich auch freut und da glaube ich, plaudere ich kein Geheimnis aus, dass das auch schön ist, wenn man die letzte Folge Leitert Berlin hinter sich hat. So viel Freude, dass es nur bei uns allen macht. Das ist wie Schulferien. Ja, so ein bisschen, ja. Da gab es immer bei SR1, gab es so zum Ferienanfang nochmal so ein Konzert. Da hat immer Silbermond noch gespielt und so. In Saarbrücken. Und darauf habe ich gewartet. Stattdessen sitzt man hier. Naja, vor allen Dingen, wie war es denn? Also der Goldregen flog runter. Ich habe es ja auch nur am Fernseher begleitet. Es war richtig Feuerwerk, wie bei Mario Bartsch. Ja, stimmt, es gab ein richtig geiles Feuerwerk. Da war ich richtig beeindruckt. Also es war das beste Feuerwerk, was wir jemals hatten. Es war richtig gut. Ja, man muss sagen, traditionell ist Feuerwerk eigentlich immer ein Ärgernis für uns. Genau. Da wird ganz viel bestellt und die Kisten da angefahren und die LKWs docken an. Und dann macht es piff, puff, puff. Ja, Moment mal. Erstmal ist es so, es gibt eine Probe, wo man das Feuerwerk einmal testet. Das Pyro, sagen wir, Profis. Und dann gibt es eine Ansage, meistens von Al Niki. Und die sagt dann so, jetzt bitte alle die Ohren zuhalten. Es gibt jetzt eine gigantische Feuerwerksprobe. Bitte die Brillen aufsetzen. Bitte jetzt voll fokussieren. Achtung, Achtung am Set. Absolut Ruhe. Bitte jetzt alle Sicherheitsmaßnahmen einleiten. Und dann hört man so, 21, 22. Dann ruft Johannes, unser Regisseur, und Pyro ab. Und dann macht es so, ha, pff, ha, pff, 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 pff. Nicht so am Samstag. Nicht so am Samstag. Es war ja wirklich, es war ja, Mario Barth wäre stolz auf euch gewesen. Ja, nee, das war ja ein richtiges Feuerwerk, was richtig hoch in die Luft ging. Ja, richtig geil war das. Genau. Hat mich auch erfreut. Ansonsten muss man auch sagen, immer wieder. Aber gab es die fette Party? Nein, nix. Es gab da, es gab, also es gab so Hotdogs draußen. Aber wieder die Hotdogs. Natürlich Outdoor, alle verpackt bis hinter die Ohren so und die Maske auf. Es ist halt nicht möglich in diesen Zeiten. Aber die Live-Show, das macht wieder Bock. Also ich muss wirklich sagen, meine Liebe zur Live-Show ist nochmal neu entbrannt an den letzten zwei Samstagen. Das ist einfach eine andere Nummer. Und Glasjoko, ich muss euch leider sagen, ihr seid da, ist sonst sehr gut. Und bei Live-Shows noch ein bisschen besser. Also jetzt zwei Sachen, die mir direkt auffallen, dass du das leider sagen musst. Das sagt halt ganz, ganz viel über dich und was du eigentlich sagen möchtest. Oder was dir lieber wäre zu sagen, weil jetzt musst du das leider wohl zugeben. Das finde ich irgendwie witzig, dass du das so formulierst. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, das, was einem momentan an Live-Publikum fehlt, dann doch so ein bisschen das, was die Tatsache, dass es live ist, so ein bisschen reinholt wieder. Also es ist ja schon komisch, muss man ja sagen. Also man hat sich ein bisschen daran gewöhnt und wir waren schon in der ersten Phase, also im Frühjahr hatten wir das ja auch schon ohne Publikum, diese großen Shows und so. Es ist nach wie vor ein merkwürdiges Gefühl, was natürlich einem so ein bisschen jetzt normaler vorkommt, weil man es irgendwie schon mal gemacht hat. Und durchs Live ist dann doch so eine Grundspannung da. Ja, sonst denkt man immer, man wäre wie in den Proben. Also es ist dasselbe Gefühl, man muss im Grunde, als würde man ewig proben und irgendwann heißt es so, Show ist im Kasten. Naja, für euch muss das genau so sein, weil das Ding ist, ich komme ja tatsächlich, abgesehen von Sicherheitseinweisungen, die gemacht werden müssen, so von, keine Ahnung, damit man sich nicht irgendwo einen Finger abtrennt und so, habe ich ja ansonsten nicht viel damit zu tun. Und trotzdem hat man immer so das Gefühl, man könnte eigentlich nur mal losgehen und sich einen Kaffee holen, während man auf Sendung ist. Aber das ist ja fast eine Frage an den Prominenten. Können wir jetzt im Nachhinein entscheiden, ob wir das noch reinfriemeln, oder? Soll ich das abbringen, oder was? Komm, komm, ich formuliere es! Fragen an den Prominenten. Warum warst du so gut? Nee, aber wirklich an den Prominenten Moderator. Also wie würdest du diesen Unterschied ausmachen zwischen Live und Aufzeichnung und deinem persönlichen Empfinden? Also jetzt mal unabhängig von dem Publikum, was gerade in der Aufzeichnung auch nicht da ist und live auch nicht, sondern was ist der Unterschied? Und gibt es sowas? So stelle ich es mir nämlich vor, wie wenn man an einem Balkon steht, an einem Hohen, dass dann das Gehirn kurz sagt, spring! Und dann sagt man so, nein, Quatsch, ich will ja gar nicht, mir geht es super, alles gut, nein, möchte ich nicht. Tiefen Sog. Aber so, dass du denkst, jetzt stehe ich hier, es könnte passieren, dass ich springe. Ja, ich weiß, was du meinst. Also könnte es sein, dass du irgendwas dann sagst, was auf keinen Fall gesagt, also dass du denkst so, es ist heute live und es kann passieren, dass mein Gehirn irgendwie so eine kurze Feder hat, dass alle Filter kurz aufgehen, dann sage ich irgendwas. Ja, dass man irgendwo hochklettert und denkt, was passiert, wenn meine Hände jetzt entscheiden, loszulassen. Genau. Ja, das gibt's, ja klar. Es macht, glaube ich, denselben Unterschied vor der Kamera als auch als Zuschauer, nämlich tatsächlich die komplett offene Skala von, was passiert heute hier? Also, du weißt bei einer aufgezeichneten Show, dass das Ende der Fahnenstange irgendwo da ist, weil das wird sich danach nochmal einer angeschaut haben, dann hat man gemeinsam entschieden, dass man das jetzt so sendet, das heißt, da ist offenbar keiner unter das Auto geraten, da ist keiner irgendwie, da ist keinem eine Lampe auf den Kopf gefallen und da hat keiner, ähm, sich oder versehentlich Hurensohn in einem unpassenden Moment gesagt, ja. Die Sachen sind nicht passiert, also gucke ich mir das jetzt an, aber ich weiß, dass das ist jetzt gedeckelt nach deutschem Recht. Das ist bei Live nicht so, ne? Bei Joko ja eh immer Angst, dass er sich verletzt. Der hat sich wirklich... In seiner Quizshow hat er sich verletzt. Ja. Er hat sich in einer Quizshow verletzt. Beim Denken? Ne. So, man hat ein, so ein, ein Spannungselement da ein bisschen, also Spannungselement, ein Gefährt, mit dem er da rumfahren kann und sofort erste Fahrt, Verletzung. Ja. Weißt du, wo er sich blutig verletzt hat beim Duell um die Welt Samstag? Beim Mittag. Ne, davor, direkt vor der Aufzeichnung hat er sich verletzt und bis er geblutet hat, wisst ihr wobei? Ne. Beim Mandarineschälen. Der hat sich blutig geschält an einer Mandarine. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Vielleicht, dass er, also ich kann mir das nur so vorstellen, ich hab da nicht mehr nachgefahren, weil ich dachte, das sparen wir uns jetzt alles. Aber, äh, aber ich hab mir so gedacht, der hat bestimmt die Mandarine gepult, hat dann irgendwie sich ablenken lassen in seinem Kopf, hat dann irgendwo hingeguckt und an was anderes gedacht, ne? Und hat dann statt der Mandarine seinen Daumen geschält. So könnte ich es mir vorstellen. Mit einem spitzen Nagel, so lange und so indolent, wie er nun mal ist. Ja, da hat sich die Haut so abgezogen. Ja, ja, genau. Hat das ja nicht gemerkt. So ein Mandariengriff. Ja, es ist ja auch in einem gewissen Alter, ist ja das Stichwort Orangenhaut, ist ja jetzt. Der Mann ist wie bei die fabelhafte Welt der Amelie, der Mann mit den Glasknochen. Also dass der überhaupt noch überlebt hat. Aber was mich geärgert hat, da ist auch schon drauf eingegangen worden, auf Social Media von Janine, Michael Eelsen, es war wieder so, es sind nur wenige Spinner, muss man sagen. Aber sobald Viertel nach acht losgeht und Janine da rausgeht, geht's los, es wird drüber, was hat sie an? Warum hat sie diesen das an? Warum moderiert sie und nicht Steven Gäthchen? Warum das? Es wird nur, also es wird so unverhältnismäßig da über sie gemeckert und du denkst dir nur, alter Schwede, die Frau moderiert fünf Stunden eine Live-Show mit euch, um 20.30 Uhr habt ihr keine Konzentration mehr. Ne, brauchen wir auch nicht, weil sie ja da ist. Das ist ja das Gute. So und sie hat das alles im Griff, bis um ein Uhr das Feuerwerk abgeht so und die macht das besser, als ich mir irgendjemand vorstellen kann und es gibt, sie macht das jetzt seit acht Jahren mit euch und wenn es die Show noch hundert Jahre geben sollte, macht sie das im hundertsten Jahr auch noch. Da könnt ihr schreiben, was ihr wollt, das ist unverrückbar und es ist einfach super dumm, weil sie macht es perfekt. Ja, das muss ich auch mal sagen. Also ich aus Protagonistensicht muss ich ja schon sagen, ich bin da ja gar kein Moderator oder sonst was, sondern ich bin da Protagonist und anders geht es auch gar nicht. Kämpfer. Kämpfer, Gladiator. Und ich bin so froh, dass ich da einfach nur praktisch reingehen kann in die Sendung und halt weiß, ich kann mich drauf verlassen. Und da fallen mir eine Handvoll Leute ein, die das vielleicht könnten und so und Janine hat ja von Anfang an das immer gemacht und auch so, wo ich ja auch so denke, wenn die Leute sich darüber das Maul zerreißen würden, was ich so anhabe. Also wo ich sage, ich ziehe irgendwas an und manchmal mache ich mir da auch mehr Gedanken drum. Also mich würde das auch aufregen, wenn es andauernd darum geht, was hat der für, aber bei uns ist das dann wieder egal. Ich habe manchmal da Hemden an, da denke ich selber zu Hause, wenn ich das angucke, sag mal, was hat dich denn da geritten? Warum hast du denn ein senfgelbes Hemd an? Wie siehst du denn aus? Ja, und trotzdem ist das dann immer egal und man muss sich dann so einer Bewertung dann ausgesetzt fühlen, die also völlig unverhältnismäßig ist und irgendwie auch so tatsächlich diese außergewöhnliche Leistung, also im Bereich Moderation halt nicht würdigt, weil das wirklich Wahnsinn ist und da soll mir mal einer, irgendjemanden zeigen, der das hinkriegt. Also schöne Grüße an dieser Stelle und ja, könnt ihr euch sparen, die ganzen Kommentare. Für mich war es am Samstag besonders, weil ich hatte ja gar nichts mit der Sendung zu tun und habe es einfach so genossen, dieses schöne Fernseherlebnis und deswegen, ich sage das auch nur so dazu, damit es nicht so wirkt, als würden wir so gemeinsam so die eigenen Erzeugnisse in den Himmel loben, sondern ich habe es einfach so von außen betrachtet und hatte einen Riesenspaß, aber es gab einen Moment, da musste ich mich selber zwicken, das war euer Bowlingfußballspiel, weil mir da auf einmal klar geworden ist, ich gucke gerade etwas am Samstagabend 20.15 Uhr im Fernsehen, wo nur meine Freunde gegen eine Bowlingkugel treten, da habe ich euch dann so gesehen, da war Basti, mit dem ich es halt seit 15 Jahren befreunde, Micky, du, Joko, Frank und dann dachte ich, das ist eigentlich völlig absurd, dass dieser Ort, ich habe es ja schon hundertfach erzählt, wo ich so dachte, da will ich dabei sein, da will ich mal irgendwie einen Teil von diesem Fernsehen, von diesem besonderen Ort und dann sehe ich da einfach so meine Freunde, wie die so ein Quatschspiel machen und bin aber bestens unterhalten. Was ich an der Stelle kurz mal einfügen möchte ist, du hast gerade gesagt, Basti und Frank waren mit dabei, da gibt es dann noch einen weiteren, Thomas Martins, der jetzt hinter den Kulissen war, nicht vor der Kamera in dem Fall und die drei, die haben zusammen auch einen Podcast, der ist ganz neu, der heißt Eulen vor die Säue und den können wir euch nur ans Herz legen. Ist jetzt draußen, kann man sich anhören, da gibt es auch nochmal aus anderer Perspektive die ein oder andere Geschichte und das sind also Leute, die ja mit uns gemeinsam durch den Dreck gewartet sind in den letzten Jahren im Fernsehen und wenn ihr, also da nochmal ein bisschen was hören wollt, dann ja, hört doch mal rein, vielleicht gefällt es euch, ist sicherlich, so wie jeder Podcast, was ganz anderes und viel Spaß damit. Da laufe ich kürzlich in der Mittagspause durch die Firma und da höre ich so ein Gemurmel aus unserem Technikraum und dann will ich da reingehen, da kommt da einer wie bei Bodyguard so reingesprungen und sagt so, nein nicht, das sind Aufnahmen. Ich so, um Himmels Willen, was sind jetzt wieder für Aufnahmen und dann habe ich erfahren, dass die wirklich in unserem Technikraum, der ist halt ein Quadratmeter breit, so einen Meter breit und drei Meter lang, da sitzen die zu dritt drin, die armen Teufel da und zwei schnell auf. Und sie wirklich, sie machen es wirklich back to basic, also sie haben aus Joghurtbechern haben sich Mikros gebastelt und die werden nur durch so eine Stoffschnur zusammengehalten und irgendwie pedern sie da was raus, was dann ein Podcast ist. Also da kann man ja sehr gespannt sein, jede Woche dann. Ich habe ganz schön viel Tore gemacht. Wollte ich nur mal, dass das hier nicht untergeht. Dass das nicht untergeht. Mir ist jetzt ein bisschen peinlich, dass wir so, aber ist ja auch egal, weil Basti hat das nochmal gesagt und er hat recht. Er hat gesagt, das war für ihn unglaublich, live neben diesem Ehrgeiz zu sein. Und also er hat gesagt, du hattest den unbedingten Willen. So habe ich mir das vorgestellt. Ich habe das ja gerade selber eingeleitet, dass mir praktisch so ein bisschen Lob entgegenkommt. Und so wie du das jetzt formulierst, so hatte ich mir das vorgestellt, dass das wahrgenommen wird von anderen Menschen. Lean back, lean back, es geht weiter. Also Basti hat gesagt, es war eine Energie im Studio, dass er diesen unbedingten Willen, weil Basti kann viel besser Fußball spielen eigentlich als Klaas auf der Umlauf. Er ist sogar auch, also trotz seiner Statur, ist er sehr flink am Ball und er kann auch gute Tricks eigentlich. Ich habe mich irgendwann mal... Jetzt halt doch mal die Fresse! Okay. Also aber Basti hat da wirklich wie eine, also ist ja auch egal, ich bin fertig, ist kein guter Vergleich, der da angepasst ist. Aber er hat wirklich gesagt, Klaas hat den unbedingten Willen. Ja, der war so ein Wadenbeißer, so wie Berti Fuchs früher. Genau. Der ist da reingekräzt. Vier Tore hast du gemacht, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Erstmal Hedrick und dann, ja. Ja, ich war der Idioten Lewandowski. Ja, genau. Eine andere Sache, die kurios war an diesem Spiel, ist, wir hatten ja so auf einmal, guck mal, die hatten so Trikots an. Genau. Nachempfunden, nach dem Logo von Mönchengladbach, hatte Joko und Tonmann und so, hatten da so Trikots an. Das ist ja viel besser, in Trikots zu spielen. Ist Tonmann der Vorname? Tonmann, genau. Du siehst die Leute, ne? Ja, genau. Na, wie bei der Bundeswehr. Tonmann, Tonmann, Schmidt, Blunt. Meier. Und, äh, und dann hatten die Trikots an. Und ich, ähm, habe dann, das habe ich ja nicht viel mitzureden, ich kriege dann also da hinter der Bühne oder was, kriege ich dann immer so Klamotten angezogen. Ihr hattet so Hoodies, rote Hoodies. So, rote Hoodies an. Und dann habe ich da auch wirklich geschwitzt, weil das war auch anstrengend, das war heiß in so einem Studio. Und irgendwann kam Basti so ein bisschen kleinlaut zu mir und sagte, weißt du eigentlich, warum wir Pullover anhaben und die so Trikots? Ich habe mir das gewünscht, damit ich nicht so dick aussehe. Und dann sahen wir halt beide dick aus und dann war es okay. Was, der hat gesagt, er hat ein bisschen zugelegt über die Feiertage. Ja, aber die Feiertage kommen ja erst, ne? Genau, oder meint er Ostern. Ja, man weiß es nicht. Ja, interessant. Um was zu feiern. Das war das. Vielleicht den Start vom Podcast. Ja, ich habe am nächsten Tag wieder eine Erfahrung gemacht, die ich häufiger schon mal im Hotel gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das liebe ich eigentlich. Das würde ich eigentlich auch zu Hause machen, wenn es das gäbe. Aber da bin ich auf den Wecker angewiesen. Aber es gibt ja immer den Weckerruf im Hotel. Oh ja. Weil ich bin dann irgendwie, weiß nicht, um zwei oder halb drei oder sowas, bin ich dann im Hotel und dann muss ich meistens um halb sieben, Viertel nach sechs oder irgendwie so wieder aufstehen. Das heißt, wenn ich dann also ins Hotel komme, sage ich, können Sie mich morgen wecken um Viertel nach sechs und es gibt dann also manchmal... Per Telefon bitte. Per Telefon. Nicht, dass die so reingehen und sagen, na, hast du gut geschlafen? Oh, das wäre was, oder? Ganz am Streichel. Ja, dass die am Arm so streicheln, bis man wach wird. So langsam. Aufwachen. Ja, jetzt muss der echt los. Na komm, jetzt müssen wir mal aufstehen jetzt. Es ist jetzt schon 20 nach sechs. Nicht nochmal einschlafen. Ich komme gleich nochmal. Zehn Minuten, dann komme ich nochmal. Natürlich machen die das nicht wie eine liebevolle Mutter, aber die machen es zumindest zuverlässig. Das heißt, die haben da irgendwie so eine Weckrufliste, da tragen die das ein und in den besseren Hotels, da macht das auch kein Computer, sondern da macht das ein richtiger Mensch. Und die rufen einen dann an. Und das ist ja eigentlich ein total privater Moment. Das heißt, man schläft und ich lasse mich wirklich davon wecken. Das heißt, ich bin zehn Sekunden vorher, habe ich noch geschlafen. Und das ist dann das Erste, was ich morgens sage. Und eigentlich ist das eine, selbst übers Telefon eine ziemlich große Intimität, die man auf einmal miteinander hat. Da ruft also der Rezeptionist oder die Rezeptionistin ruft dann an und sagt, guten Morgen, Herr Häufer-Umlauf. Sie wollten geweckt werden, es ist jetzt Viertel nach sechs. Und man selber geht halt ans Telefon, weil es klingelt irrsinnig laut. Man ist nicht orientiert. Man ist schockiert auch. Man weiß nicht, wo man ist, weil im Hotel und ich weiß ja gar nicht, wo muss ich, was soll ich jetzt machen? Genau. Man ist so völlig durcheinander. Dann fällt einem so rasend schnell wieder ein. Achso, ja, wegruf, ja, bla, ich geh mal ran. Dann geht man ran und alles, was man eigentlich sagen möchte, ist, äh. Ja, das ist das, was man im Kopf hat. Hallo. Aber man weiß dann schon, das wird jetzt hier gleich ein formelles Gespräch sofort. Und man muss innerhalb von zehn Sekunden sein öffentliches Ich aufsetzen. Und das finde ich schon ganz schön hart. Man wacht auf und man sagt sofort, ja, danke für diesen Weckruf, danke. Und dann sage ich dann sogar noch sowas wie, ich bin wach. Eins würde dich dann interessieren, ob ich jetzt wirklich wach bin. Kennt ihr das, wenn man manchmal so Möbel bestellt irgendwie oder da kommt eine Waschmaschine an oder so. Und dann hat man ein Lieferfenster von morgens um acht, wenn es noch gut läuft, um sieben bis abends um 18 Uhr. Und dann kam man vielleicht ein bisschen später ins Bett am Abend zuvor und dann fängt man an so zu pokern und denkt sich, ach komm, vor elf tauchen die ja nicht auf, brauchst dir keinen Wecker stellen. Und dann um sieben Uhr macht es Klingeling. Und dann muss man innerhalb von drei Sekunden, man will ja auch nicht, dass die Waschmaschine wieder zurückfährt. In die Hose rein, Mütze auf, irgendwie dahin. Und man hat noch so das Gesicht auf halb acht und dann macht man da die Tür auf. Das ist für mich echt ein Horror. Es gibt einen schönen Satz in dem Buch Solo-Album von Stuttgart Barre. Da ist der Protagonist tagelang in seiner Wohnung, bis irgendwie so der Verdacht besteht, dass er nicht mehr lebt, weil er kein Lebenszeichen von sich gibt. Und dann kommt die Feuerwehr und bricht die Tür auf. Und in dem Moment steht er also mehr oder weniger in der Tür. Die Feuerwehr steht in seinem Zimmer. Die beiden stehen voreinander. Und dann sagt der Protagonist in dem Buch den Satz, wir hätten uns beide mal die Zähne putzen sollen. Das ist gut, ja. Und dann gibt es noch den schönen Satz, als das dann alles fertig ist, der also das komplett verkrachte Leben hat und wirklich jemand ist, der tagelang jetzt nicht mal seine Wohnung verlassen hat, weil nichts läuft. Und dann sagt dieser Typ, der eben dann das neue Schloss einbaut, brauchen Sie eine Quittung? Und das ist eigentlich der Moment, wo sich die ganze Wut entlädt. Vorher macht er alles eigentlich mechanisch mit, so ähnlich wie ich das gerade beschrieben habe. Aber diese Frage, der bringt das fast zum Überlaufen. Brauchen Sie eine Quittung? Und er rastet aus und schreit diesen Typen an, was zum Teufel soll ich denn mit einer Quittung? Und das bringt so diese ganze in sich zusammengefallene Professionalität so auf den Punkt, dass da also nichts mehr läuft. In so einem Leben, dem man gar nichts auf die Reihe kriegt, wo es fehlt an den Grundfesten der normalen, zivilen Ordnung. Ja, was will man da noch mit einer Quittung? Brankolife. Brankolife. Aber richtiges Brankolife. Ich habe noch eine traurige Geschichte für euch. Oh. Es war ja gestern der zweite, nee, vorgestern der zweite Advent, ja. Ich kam heim von Duellen die Welt und dann habe ich erstmal meinen Adventskranz zum Erleuchten gebracht. Zwei Kerzen habe ich angezündet. Alleine? Alleine. Und dann habe ich kurz überlegt, dann habe ich eine dritte Kerze aus meiner Kammer geholt und habe die daneben gestellt und habe die auch entzündet. Soll ich euch sagen, für wen und für was? Ja, sag mal. Für den Jenke. Bitte? Was denn? Weil, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Ja. Der hat sich ja die Fresse operieren lassen, ne? Ja, ist da was bei schiefgelaufen? Nee. Das war ein Abend Gesprächsthema in der ganzen Republik. Und jetzt, also einen Tag später, hat sich schon keinen mehr interessiert. Aber der hat die Fresse halt trotzdem sich machen lassen, ne? Der hat das ganze umgebaute Gesicht und keiner schreibt mehr drüber, weil wir in so einer schnelllebigen Zeit leben. Ich habe damit auch mit Micky Beisenherz gesprochen. Der meinte, so jemand wie Jeanne d'Arc, ne? Die hat sich für ihre Überzeugungen verbrennen lassen. Da redet man Jahrhunderte später noch von. Das stimmt, ja, ja. Jeanne d'Arc ist ein Begriff. Ja. Im Twitter-Zeitalter wären das so drei Tweets mit Ach und Krach in die Top Ten, ne? Und am nächsten Tag ist wieder Böhmermann. Ja. Und jetzt überlegt mal, wie es den... Oder Hashtag Ikea wegen dem Katalog. Oder Hashtag Ikea. Ja, weil es den nicht mehr gibt, den Katalog. Und deswegen sollten wir mal einmal so kurz zur Besinnung kommen und an den Yenke denken, der die Fresse umgebaut hat und keiner schreibt mehr drüber. Wir können ja jetzt jede Woche mal uns kurz an den Yenke denken im Podcast. Dann hat der hier wie so ein, weißt du, wie so ein Altar. Ja. Wie wenn so ein Asien, wenn da so eine Bluna an so ein Altar gestellt wird, so aufgeschraubte rote Fanta oder so. Und so. Den Yenke-Moment. Ja, so einen kleinen Yenke-Moment der Woche. Also Yenke, wo auch immer du uns jetzt hörst. Also wahrscheinlich wohnt Düsseldorf. Weil er ist so ein Düsseldorfer Typ irgendwie, finde ich. So gut drauf und rheinländisch. Du tust ihm da gerade, es ist gerade ganz schwierig mit deinen Vorurteilen zu arbeiten. Wie, warst du vor? Das ist doch schön, aus Düsseldorf zu sein. Das ist ja super. Ich habe ja gar nichts gegen Vorurteile. Ich will nur sagen, dass das momentan ganz schwierig ist, durch seinen radikalen Wandel mit seinen Vorurteilen die da sortiert zu kriegen, weil jetzt alles anders scheint. Ja, aber worauf, also wie meinst du? Also, ich will einfach nur sagen, dass man jetzt da ja aufpassen muss, dass man jetzt noch die richtigen Vorurteile, weil man ja so alles an sich und seine ganze Ausstrahlung geändert hat und so weiter. Ja, ich finde, also, das muss man ja auch mal sagen. Klar, er hat sich jetzt da das Gesicht da auf links löten lassen, aber im Grunde sieht er doch fantastisch aus. Also, genau so hat er wahrscheinlich vor 20 Jahren ja ausgesehen. Das ist ja das Tolle an der Schöne. Es ist, glaube ich, ein bisschen so wie bei, ein bisschen ist das eigentlich wie mit Michael Wendler. Eigentlich ein bisschen schnell geschossen so, ne? Also, irgendwie war das dann auch so zwei Tage Eier, okay, ja, okay, was hat er jetzt? Jetzt hat er nur noch Nachteile, ne? Und dann hast du halt entweder nur noch eine Telegram-Gruppe oder nur noch halt keine Tränensäcke mehr. Also, sagen wir mal so, in 300 Jahren wird niemand mehr vom Jenke-Experiment reden. Es liegt vielleicht in unserer Verantwortung, jede Woche mal kurz an den Jenke zu erinnern. Können wir uns das vornehmen, so in der Weihnachtszeit? Ich warte einfach aufs nächste Experiment und dann wird man ja schon sehen, dass das vielleicht auch einem größeren Ziel folgt. Vielleicht ist das wirklich nur das erste Puzzlestück. Ich freue mich ja über jedes neue Gesicht bei ProSieben. Ey, wisst ihr, was ich letztens gesehen habe? Wenn man jetzt überhaupt so über den Körper nachdenkt und auch über sich und auch in diesen Woken-Zeiten. Wer denkt denn über den Körper nach? Erzähl mal, wann denkst du denn über den Körper nach? Jetzt gerade habe ich über den Körper nachgedacht mit deiner Geschichte, ja klar. Also über den Körper von Jenke hast du nachgedacht? Ja genau, ich habe gerade über so Äußerlichkeiten und so weiter und über das Verhältnis zu einem selber und so, über sowas habe ich gerade nachgedacht. Und das muss man ja auch verbinden vielleicht mit so einer Achtsamkeit auch der Umwelt gegenüber und so weiter. Man muss ja auch zusehen, dass man also ein CO2-neutrales Leben führt und so weiter und dass man also jetzt auch über den Tod hinaus vielleicht dafür sorgt, dass man weiterhin auch im Einklang mit der Natur ist und das Problem ist, das wisst ihr vielleicht gar nicht, dass Menschen super umweltbelastend verwesen. Ach. Ja, also das ist, das kann alles effizienter sein. Die stoßen halt nochmal ein bisschen CO2 aus, wenn man da irgendwo im Wald liegt jetzt beispielsweise und einfach so vor sich hin schimmelt, dann ist das nicht unbedingt die beste Art und Weise der Welt sich zu hinterlassen oder das, was von einem über ist. Und deswegen gibt es jetzt, das habe ich gelesen im Zeitmagazin, eine Firma, die anbietet, sich zu also kompostieren. Also dass da Menschen in einen, also Menschen, also Leichen, dass die das, was der normale Vorgang über Jahre machen würde, mit den richtigen Zutaten, dann wie so eine Art Komposthaufen oder was, dass man sich dann schneller als Mensch, auch mit gutem Gewissen, Tod, klar, aber mit gutem Gewissen sich total auflöst und nicht mehr da ist. Aber wenn jetzt also der Bild Sparfox in mir sagt sich, okay, jetzt kann ich natürlich diese Dienste der Firma in Anspruch nehmen. Ich könnte doch auch einfach, wenn ich jetzt merke, okay, jetzt geht's los, also wie der, wie früher der indigene Einwohner in der Audi-Werbung, der dann so den Berg hoch, oder in der Mars-Werbung war es glaube ich, der so den Berg hoch geht, weil jetzt Zeit ist zu gehen. Wenn ich also verspüre, okay, Herzklabaus da, ich höre dir Trapsen, wenn ich doch dann einfach mit den Eierschalen vom Frühstück und einem Kaffeefilter mich dann in Richtung Komposthaufen bewege, mich da einfach gemütlich hinlege und warte, dass es passiert, kann ich doch jetzt jede Menge Geld sparen mit diesem Wissen, oder? Ja. Und jetzt stelle ich dann auch in Frage, ist es da noch eine kluge Dienstleistung, wenn das jeder so einfach macht. Ich muss einfach nur nach, weißt du noch was, okay, am besten ziehe ich noch einen Anzug an, nee, weißt du, auch für die Hinterbliebenen, das ist halt nicht jetzt ganz so. Das soll alles weg sein, die sollen ja gar nicht mehr sehen, was du an hast. Ich laufe nackt durch den Garten mit einem Kaffeefilter und drei aufgeplatzte Eier und leg die so auf mich drauf und dann sage ich so, Herr, nimm mich zu dir. Aber wenn du soweit bist, ja, damit das Ganze, nein, das ist natürlich alles, das ist alles gut und auch, naja, ich finde auch sehr modern, so wie du das planst, dennoch hat es natürlich du mit deinen Eierschalen und deinem Kaffeefilter nackt auch noch im Garten und so, das hat jetzt auch schon, könnte was Unwürdiges haben und damit das ein bisschen feierlicher wird, weil man geht nur einmal von dieser Erde. Würde ich sagen... Nee, niemals jährt man so Janz. Niemals so Janz, aber darum geht es ja. Darum geht es ja, das ist das Problem. Man will kölsche Lieder aushebeln, indem man jetzt mal so Janz jährt. Ja, eben doch. Damit die das nicht mehr singen können. Darum geht es ja hauptsächlich, dass man denen ihre Klassiker kaputt macht, ja, der Höhner oder wer das singt, ne. Dieses Mal jährt man nämlich so Janz. Und dann sagst du uns aber... Come back to der Höhner. Ja, sag uns bitte Bescheid vorher, weil wir würden da gerne noch so eine Reihe Teelichter aufstellen. Ah, okay. Ander, weißt du, wie so eine Startbahn eigentlich, links und rechts, wollen wir in deinem Garten so wie so einen Weg aus Teelichtern machen, wo du dann so nackt durchschreiten kannst. Das eine, ich meine, das Einzige, was halt so awkward werden könnte, ist, wenn man sich täuscht, ne. Wenn man nur mal pupsen musste oder so. Fünf Jahre zuvor. Das ist mit den Nachbarn halt. Ich glaube, das ist halt auch ein Thema mit den Nachbarn, wo man echt dann auch mal das Gespräch danach tun sollte. Wenn man so ein bisschen Transparenz in den Vorgang bringt, damit die auch verstehen, warum man das gemacht hat. Hat der Lund schon wieder gedacht, er stirbt? Was macht der denn da? Was hat der denn für Eierschalen auf dem Bauch? Ruckzuck hast du dir eine Sekte angestuft. Ja, ja, stimmt. Dann habe ich noch so eine Zweitfamilie, die da auch irgendwie so mitmacht. Die Eierschalen-Sekte. Ja, die machen dann alle mit und so. Bei solchen, komischerweise, für sowas findest du immer Follower, ne? Ja, ja. Irgendwelche Holländer sind da immer gern dabei. Du, das ist besser, als wenn sie gegen Corona auf die Straße gehen, ne? Muss man auch mal so sehen. Ganz ehrlich, also so in deinem Komposthaufen hinten auf deinem Grundstück störst du ja wohl niemanden. Dann darf ich ja wohl machen, was ich will. Dann kannst du dich hinlegen zum Sterben, so viel du willst und so oft du möchtest. Pass auf den Meereporter auf, ne, wenn du da auf dem Gras rumwegst. Ich habe jetzt Angst, dass wenn ich mal im Sommer auf der Liege liege, dass die mich dann mit so einem Stab pieken, um zu gucken, ob es schon so weit ist. Weißt du? Auch falsch. Ja. Ja, da musst du vor allem Didi Hallerfohrn musst da aufpassen, wenn er mal wieder in seinem Kleingarten ist, ne? Oh ja. Weil der immer spärlich bekleidet. Ne, eben genau, weil der immer nackt ist da. Ja, ganz, ganz sogar unmaskierter Sänger da, ne? Ja, richtig unmaskierter Sänger. Werbung. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen und wir möchten gerne nochmal darauf hinweisen, dass es das natürlich in selber Qualität nach wie vor gibt. Die Hörbuch-App BookBeat. Da könnt ihr unbegrenzt Hörbücher hören und das möchten wir euch gerne ans Herz legen. Das heißt, man kann einmal bezahlen und dann ganz, ganz viele, ich glaube 75.000 Hörbücher in allen möglichen Kategorien kann man sich dann anschauen. Das Ganze kann man monatlich kündigen, falls man dann doch irgendwie nicht zufrieden ist, was die meisten, glaube ich, nicht berichten, soweit ich das jetzt verstanden habe. Und da kann man dann jeden Abend oder jeden Tag oder im Auto oder wo man das eben gerne macht. Oder im Lockdown. Also machen wir uns nichts vor. Es kommt jetzt eine Zeit, wo man öfter zu Hause ist, wenn man bei Trost ist und es gibt nichts Schöneres und Gemütlicheres, als in der dunklen Jahreszeit mit Hörbüchern auf der Couch zu liegen. Da bin ich großer Fan. Ich schlafe dann auch gleich noch dazu ein. Und das ist die perfekte App dafür, weil monatlich kündbar, wenn dann die Sonne wieder scheint und so, kann man das auch mal, könnte man das auch wieder kündigen, wenn man keinen Bedarf mehr hat. Aber jetzt da durchpowern und ein Hörbuch nach dem anderen aus dieser Riesen-Auswahl. Vor allen Dingen ist es ja so, bei einem Buch kannst du ja keinen Trailer gucken, wo du schon mal so siehst, was passiert da so Geiles und so. Und wenn du aber aus 75.000 Hörbüchern auswählen kannst, dann kannst du erstmal so ein paar Kapitel hören und gucken, ob das was für dich ist. Entweder hörst du es dann zu Ende oder hörst du einfach direkt das Nächste. Vor allen Dingen jetzt gerade, wo du das sagst, wenn ich mir das so vorstelle, also es gibt bei mir eigentlich, wenn dann die sogenannte dunkle Jahreszeit oder Lockdown irgendwas vorbei ist, gibt es eigentlich keinen Grund, das da nicht mehr zu machen, weil ich kann mich auch daran erinnern, wenn du dann in Urlaub fährst oder auch wenn du einfach nur zu Hause im Garten liegst, wenn dann schönes Wetter ist und alles wieder normal ist, also umso besser. Ich glaube, so meine thematische Auswahl ändert sich dann so ein bisschen und das ist ja möglich da. Also BookBeat ist wirklich sehr empfehlenswert und ihr kriegt hier einen Gratis-Monat als Zuhörerin oder Zuhörer von Baywatch Berlin. Da gibt es nämlich BookBeat Premium und da könnt ihr einfach den Code Baywatch bei der Anmeldung eingeben oder direkt auf www.bookbeat.de slash Baywatch anmelden. Und alle Infos dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ihr wisst ja, dass so Vietnamkriegsveteranen, dass die sowas haben, da gibt es viele tolle Filme darüber, im Grunde auch alle Soldaten, die so aus dem Krieg mit traumatischen Erlebnissen heimkehren, die haben dann so Flashbacks, sagt man. Wusch, dann sind die wieder in einem traumatischen Erlebnis. Und ich als Großstädter, sorry, not sorry, aber ich war halt nicht im Krieg, aber ich habe auch so Flashbacks und das sind vor allen Dingen Dinge aus unangenehm peinlichen Situationen und ich glaube, dass die gerade besonders getriggert werden, weil ich ja nicht in Restaurants gehen kann, wegen Verboten. Und mir ist neulich eine Sache, zwei Sachen sind mir eingefallen wieder, die ganz, ganz schlimm waren. Und zwar das eine Mal, da war das ein Restaurant, wo man draußen sitzen konnte und da bin ich ganz selbstbewusst reingegangen und da waren wenig Plätze und dann habe ich die Kellnerin gefragt, wo denn was frei wird und wo man sich vielleicht hinsetzen könnte. Und dann kam raus, das ist gar nicht die Kellnerin, sondern die hat da auch gewartet. Und das finde ich so unglaublich peinlich und das ist meine Theorie und das will ich von euch hören, ob euch erstens sowas auch schon passiert ist, dass man auch Leute in so Kaufhäusern als Verkäuferin oder Verkäufer anspricht und die sind einfach da auch nur, stehen die da so rum und das ist aus so vielen Perspektiven unangenehm. Hast du die denn angesprochen mit der Überheblichkeit eines Landvogts? Nein, nein, das nicht, das nicht. Nein, ganz normal. Junge Frau. Aber trotzdem will man ja auch selber, wenn man dort auf den Platz wartet, im Restaurant, will man doch gar nicht für den Kellner gehalten werden. Das ist ja schon mal irgendwie weird, ne? Und man hat die dann beleidigt, obwohl man niemanden beleidigen wollte. Das ist ganz schrecklich. Oder auch im Kaufhaus, wenn jemand dann so fragt, wo sind denn die Schlüpfer oder so. Und dann muss man sagen, ja, ich arbeite hier auch nicht. Ich bin mit meinem *** Staubsauger, das *** wird gepiept. Das Riesenpaket hatte ich im Arm, bin ich durch einen Elektromarkt gelaufen und habe viele Fragen gestellt an eine Person, die keinen Verkäufer hat. Und dann habe ich diesen Staubsauger wieder mitgenommen und habe ihn wieder zurückgestellt. Ich habe ihn auch tatsächlich an dem Tag nicht gekauft. Weil der dich nicht vernünftig beraten hat. Der wusste gar nichts über diesen Staubsauger. Ja, nie wurde ich schlimmer beleidigt. Aber hast du dich da auch so geschämt? Ja. Wird dich da auch so heiß und kalt, ne? Ich glaube, dafür wurde das Wort davontrollen. Ich habe mich davongetrollt. Ich bin so richtig beschämt da rausgeschlichen aus dem Markt. Wollte auch mit niemandem mehr reden und nichts. Ja, ich habe das tatsächlich auch schon mal gehabt. Und bei mir ist es manchmal so, dass die Leute dann so ein bisschen, wie soll man sagen, sich manchmal so ein bisschen erschrecken, dass ich die anquatsche. Ja. Weil die dann, also, die gucken mich dann so an und merken dann so, ah, oh, so. Und ich merke so richtig, wie die so kurz denken, ah, den kriege ich doch irgendwo her. Wer ist das noch? Und so, ne? Und dann, ob sie es nun wissen oder nicht, auf jeden Fall beantworten die mir halt alle Fragen, die ich denen stelle. Es ist ganz selten, dass die halt dann einfach so, die wollen ja nicht unhöflich sein. Und, 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 ja, und reden halt immer weiter. Also, und das ist mir tatsächlich einmal passiert. Auch tatsächlich in einem Elektrofachmarkt eher ländlich gelegen und so. Und die Leute waren also ein bisschen überfordert davon. Und da habe ich dann auch ganz viele Fragen zu dem Fernseher gestellt. Aber kriegst du als Promi nicht überall die Spezialbestebehandlung? Du wirst so gut beraten, du kriegst dann noch 20 Prozent und die schenken es dir hinterher dann doch noch, weil sie selber stolz drauf sind. Nö, das ist nicht. So stelle ich mir das vor. Ja, das ist manchmal, ist das dann so, also, dass man schon so die Umwelt ändert. Also, dass ich immer das Gefühl habe, Deutschland ist eigentlich viel freundlicher als in echt. Ja. So, und dass ich denke, das ist so. Servicewüste, was? Servicewüste habe ich noch nicht erlebt. Also, dass man so rumgeht und das ist natürlich klar, weil die Leute einen persönlichen Bezug zu einem haben und zu jemandem, den man kennt oder schon mal irgendwo gesehen hat, ist mir ja grundsätzlich netter als zu jemand anders. Das hat mit Prominent nichts zu tun, sondern ich glaube, das ist ein psychologischer Effekt, dass wenn du jemanden kennst, selbst wenn du jemanden aus deiner Straße kennst, den du schon zehnmal an dir hast vorbeilaufen sehen und der fragt dich dann nach der Uhrzeit, dann bist du auch freundlicher als bei jemandem, den du noch nie gesehen hast. Ich glaube, die Leute sind da, die wollen aber auch, dass sie sich besonders, dass so ein bisschen Verkumpelung mit dem Promi, die haben in dem Moment, wo sie erkennen, wer du bist, denken sie sich, oh, das erzähle ich gleich zu Hause. Ich habe da den Häufer Umlauf bedient. Keine Ahnung, Thomas Gottschalk oder Günther Jauch. Und dann wollen sie aber, die wollen ja nicht von dir gehasst werden. Die wollen dann so sagen, ey, und der war super nett, mit dem habe ich mich super, haben wir uns noch über diesen, das unterhalten, habe ich den da beraten oder hat er das Ding gekauft? So, ich bin ein geiler Höchst. Ja, also der hat mich auf jeden Fall da sehr gut beraten und ich habe auch den Fernseher dann gekauft. Aber der hat da gearbeitet? Nee, der hat da nicht gearbeitet, aber das habe ich rausgekriegt, aber der hat dann da ja auch gestanden und der hat ja fachkundig geguckt und wir haben während des Gesprächs herausgefunden, er arbeitet da nicht, hilft mir aber trotzdem. Was aber lieb. Und dann, ich habe ja auch nicht viele Fragen, weil ich kenne mich eh nicht aus, und dann, ja, so ging das ganz gut. Also es war in Ordnung. Und ich habe ja erzählt, es sind zwei Flashbacks gewesen, das war der eine, da habe ich mich nochmal so richtig nachgeschämt. Man braucht gar keine Sauna, wenn man sich so nachschämt und dann nochmal so eine innere psychologische Hitzeentwicklung verspürt. Der andere Flashback war folgendes, ich hatte, das kann ich jetzt hier gestehen, im Sommer eine Whitney-Huston-Phase. Und alle zwei Jahre habe ich eine Whitney-Huston-Phase und da höre ich alle Smash-Hits von Whitney Houston im Auto. Ich dachte so Lebensphasen-mäßig. Nein, ich bin nicht dem Kokain verfallen und rülpse auf der Bühne, sondern ich habe einfach sehr gerne Whitney Houston gehört. Und die hat er so toll. Und dann singe ich die auch mit im Auto, obwohl es natürlich stimmlich nicht vorgesehen ist. Und bin da sehr glücklich und zufrieden. Und dann habe ich Whitney Houston gehört, bin zu einem Restaurant gefahren, die haben so geile Dumplings, so leckere. Und die habe ich da vorher bestellt und wollte die abholen. Was sind Dumplings? Das klingt wie was von Harry Potter. Ja, das ist auch so ähnlich. Das sind so chinesische Teigtaschen mit so ganz köstlicher Füllung. Die werden manchmal so angebraten. Da können zum Beispiel Langusten drin sein oder Rindfleisch oder auch nur Gemüse. Ach, ist köstlich. Also Dumplings klingt tatsächlich wie irgendwas, was in einem Geheimgang von Gryffindor sitzt und so, wo man nicht drauftreten darf, weil dann passiert irgendwas. Pass auf, da sind Dumplings. Und dann bin ich in dieses Restaurant rein, habe auf mein Essen gewartet und denke so, boah, das ist ja wirklich ein Zufall. Aber hier laufen die gleichen Hits von Whitney Houston, die ich gerade noch gehört habe. Ich habe mich so richtig gefreut, dass so richtig laut Whitney Houston lief. Und dann so, ach cool, war ein bisschen so mitgesummt. War so eine gute, gute Stimmung. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen. Moment, ich weiß. Es kann doch nicht sein, dass der gleiche Hit, den ich gerade im Auto hatte, nahtlos weiterläuft. So weit ist die Technik nicht. Und dann ist mir auffallen, dass ich halt mein Handy so abgezogen habe vom Auto und das auf voller Lautstrecke lautstrecke aus meiner Hose. Oh Gott. I have nothing von Whitney Houston lief, während andere Leute still schweigend gegessen haben. Und ich sah wirklich aus wie der letzte V im Papagei, weil das sah natürlich so, als ob ich das absichtlich gemacht habe. Und dann so, I have nothing, nothing, if I have, na egal. Jedenfalls lief das dann da. Und es war so peinlich. Aber da hat es ja manchmal tatsächlich so früher... Aber das hört doch nicht auf, warte, das hört doch nicht auf. ...vom Borja zu Skyline zurück mit Bushido in der S-Bahn. Aber mit der Houston in der Bäckerei. Jetzt bist du auf dem Zenit dieses Charmes. Wir sind alle in dem Gefühl jetzt. Bitte auch, liebe Hörer, seid mit mir in diesem Gefühl. Also ich stehe da, warte aufs Essen. Und jetzt habe ich angefangen zu schwitzen. Mir ist die Situation hundertprozentig klar geworden. Jetzt habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich ja verschiedene Optionen. Also wenn ich jetzt so hektisch an meine Taschennessel und einfach ausdrücke, dann kommt nochmal so ein Peinlichkeitscharme. Dann haben die Leute die Geschichte begriffen. Jetzt hatte ich ja nur die Frage, ich muss jetzt souverän sein und könnte so dazu stehen, es anlassen. Am besten noch ein bisschen mit. So ein bisschen so... Aber das habe ich auch nicht... Ich habe mich dann entschieden und weiß auch gar nicht, bis heute nicht, warum das Handy rausgeholt und habe dann gefadet. Habe so leise ausgefadet. Und ein guter DJ. Ja, weil ich dachte, das ist vielleicht so ein Mittelweg. Ein bisschen wie Humor, so in die Hecke wieder verschwunden. Ich wollte so ein Mix aus Selbstbewusstsein und jetzt nicht so verschreckt das ausmachen, sondern... Nee, vor allem auch den Leuten halt praktisch nicht so abhob die Stimmung nehmen. Genau, den Hit so wegziehen. Weißt du, der eine oder andere hat vielleicht schon sein Cappuccino im Takt getrunken und du machst jetzt auf einmal so ganz hart aus. Das gehört sich ja auch nicht. Sondern dass du den Leuten sagst, Leute, war eine schöne Zeit, Disco, okay. Und jetzt langsam, aber sicher, kommen wir wieder zum Mittagessen zurück. Und ich hoffe jetzt einfach nur, dass ich diese Leute, die da Zeuge von diesem Naturschauspiel geworden sind, dass ich die hoffentlich in meinem Leben nie wiedersehe. Also es gibt aber manchmal auch Leute, ich bin ja froh, dass du für sowas ein Empfinden hast. Ich habe auch gar nichts gegen selbstbewusste Leute, die irgendwie irgendwas in der Öffentlichkeit machen, was man vielleicht selber nicht machen würde. Das ist ja deren gutes Recht. Aber manchmal würde man sich, also ich denke mir dann, was denkt er, ohne ihn zu verurteilen dabei. Es gibt zum Beispiel bei mir vor der, also um die Ecke bei der Haustür, da gibt es, also es gibt zum Beispiel einen Park, da könnte man sonst was machen. Da ist ganz viel Platz und so. Aber es gibt so einen ganz kleinen Platz, der also wirklich eingerahmt ist von Straßen. Es ist keine richtige Verkehrsinsel, aber kaum größer. Wo der Spielplatz ist. Nee, noch ein Stückchen weiter. Und dann siehst du, wenn du hier noch einen Baum, so ein bisschen Hundescheiße und ein bisschen Gras und so. Und direkt daneben Fahrradweg, Bürgersteig, Straße. Und auf diesem kleinen Platz macht jemand seit neuestem, stundenlang teilweise, Tai-Chi. Ah. Tai-Chi. Und das macht er barfuß. Da macht man so langsame Bewegungen. So langsame, also es ist so Slow-Mo-Karate. Ja. Und er macht dann halt so irgendwie so Kombos, also irgendwelche Bewegungsabläufe, die er sich vorher dann wahrscheinlich ausgedacht hat. Sie sehen manchmal auch so aus, als würde er sich die in dem Moment ausdenken. So Impro-Tai-Chi. Und er macht das also wirklich da auf diesem Platz sehr ausgestellt. Also es sieht fast aus wie Straßenkunst. Also wenn da jetzt ein Hütchen noch daneben stehen würde, wäre man versucht, da ein Euro reinzuwerfen, wo man denkt, toll, wie er das macht. Aber es ist einfach nur seine private Art, Sport zu machen. Und er hat sich jetzt überlegt, er ist jetzt so ein Tai-Chi-Typ und völlig egal, ob man nun irgendwie das jetzt nicht in einer großen Gruppe macht und vielleicht in einem Park, wo man das denkt. Sondern halt da, also mittendrin so. Und da muss ich mich richtig zusammenreißen, dass ich da nicht stehen bleibe und so richtig den so anstarre und immer denke, was für ein dickes Fell braucht man, um das jetzt zu tun. Und ich bin nun weiß Gott niemand, der sich versteckt. Ja. Kannst du das wahrvollziehen? Ja, kann ich hundertprozentig. Bei mir lösen solche Leute auch einen gewissen Hass aus, muss ich sagen. Ich will gar nicht so weit gehen, weil ich... Doch, bei mir ist ein Hass. Ja, klar. Ich denke dann, ich würde jetzt, obwohl ich ja kein Gewaltiger tue, würde ich dem gerne in den Schnauze haben. Aber auch so Slow-Mo mäßig. Man müsste eigentlich hingehen und auch so eine Schlägerei anzetteln, aber auch mit so langsam fließenden Bewegungen. Aber bevor... Man müsste ihn so ankaratisieren. Jetzt mal ohne Scheiß. Es ist eine Eigenschaft an anderen Menschen. Keine beneide ich mehr als das. Also Leute, die das Selbstbewusstsein mitbringen und denen das so völlig egal ist, was Leute von ihnen denken. Das ist die Top-1-Eigenschaft, die ich an anderen... Ich schleiche mich durchs ganze Leben. So an der Hauswand robbe ich mich so in die U-Bahn rein, so hinter letzter Platz, dass man mich nicht sieht. Dann irgendwie schwupps, also auch in einem Restaurant, ich würde sofort gehen, wenn ich in einem Restaurant den Tisch in der Mitte kriege. Tschüss, ab. Und ich bewundere Leute, denen das so scheißegal ist, die so sagen, ich sehe die Leute ja... Das hört man ja öfter dann. Ich sehe die ja mein ganzes Leben nicht mehr. Ist mir doch egal, was der denkt. Das habe ich noch nie gehabt. Und ich frage mich, woher kommt das? Also was ist der Punkt in der Erziehung oder in der Kindheit, was den einen zu so einem, sagen wir mal, Exhibitionisten macht? Selbstbewusstsein. Ja, aber also du, das ist ja... Gesund eigentlich. Also im Rahmen. Im Rahmen gesund. Das ist ja nicht Selbstbewusstsein. Ich kann ja trotzdem mit mir so eigentlich im Reinen sein und denke, ich bin ein geiler Typ. Aber es ist ja trotzdem noch mal ein Punkt, ob mir alles scheißegal ist, was die anderen Leute von mir denken. Na, wenn du überzeugt davon bist, dass das für dich das Richtige ist. Und selbst wenn die anderen eine andere Meinung haben, ist das okay. Aber für dich ist es ja das Richtige und du kannst selber einschätzen, ob das jetzt etwas ist, das man von außen angreifen sollte mit Kritik oder Bewertung. Das funktioniert. Also beispielsweise, ich suche mir auch sehr genau aus die Joggingzeiten. Ach. So, ich warte dann. Ich weiß, es gibt Zeiten bei mir in der Nachbarschaft, wo sehr viel Spaziergänger unterwegs sind. Und wo viel Verkehr, wo man so Slalom laufen muss und im schlimmsten Fall trifft man auch noch Kollegen. Und dann gibt es die Zeiten, wo keiner mehr joggt, weil es natürlich nicht Spaß macht. Es ist nämlich schon dunkel, du brauchst so eine Stirnlampe und es ist arschkalt. Und dann gehe ich raus. Weil ich will mich nicht beobachtet fühlen, während ich da rumjocke und da rumschwitze und irgendwie scheiß Klamotten habe. Also da muss ich sagen, bin ich eher bei dem Tai Chi-Mann. Im Gegenteil. Da brauche ich Publikum, sonst mache ich gar nichts. Wie? Ach, du erfreust dich dann, dass sie da sagen, hallo Klaas? Nein, 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 das nicht. Nein, aber es ist eher so, dass mir das zu peinlich wäre, dann zu laufen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Sondern, dass ich mich angespornt fühle, weiterzulaufen, wenn ich Zeugen habe. Also es geht gar nicht um Publikum, es geht eher um Zeugen. Das können auch Autos sein. Dass ich halt denke, ich kann jetzt ja hier nicht rumlaufen, sondern ich muss jetzt angespornt bleiben. Das hast du auch mal gesagt, wenn dir einer entgegenkommt, dann probiert man so extra. Und ich war jetzt zum Beispiel am Samstag vor der Sendung, war ich noch laufen mit unserem Freund Kai Pflaumer. Ja, will ich auch noch fragen. Ja, weil wir mal gesagt haben, wir treffen uns halt, wir wollten das halt mal machen. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, wenn man so flott unterwegs ist, da haben wir natürlich auch so ein paar Spaziergänger und Fahrradfahrer und Leute mit dem Hund und so gesehen auf dem Weg. Wir waren da so an der Isar. Ja, und entweder haben die Kai Pflaumer anguckt oder mich, weil die hatten immer nur für eine Zeit. Ach. Das war total gut, weil wir sind da zu zweit vorbeigelaufen und dann hat man ja nicht viel, das sind so fünf, sechs Sekunden und dann ist man ja wieder weg. Und die Leute haben dann entweder am Anfang auf ihn geguckt oder auf mich und sind dann hängen geblieben mit dem Blick bei dem einen oder anderen. Und der andere ist praktisch im Windschatten der Aufmerksamkeit des einen durchgerannt. Ja. Und das war gut. Und wie war es sportlich? Ja, es war sportlich. War sportlich. Ja, sehr sportlich, ja. Ich hatte wirklich Bedenken. Also ihr habt ja ein Instagram-Video auch immer und der Kai, der hätte direkt da Herz für Kinder moderieren können. Ja. Und ich habe bei dir ins Gesicht geguckt. Ich hätte ein Doppelherz für Kinder, hätte ich machen können. Hoppala. In sechs Stunden hat er eine Live-Show. Ja. Naja, also ja klar. Und vor allem, der hat ja auf mich gewartet. Also wir hatten dann, ich weiß nicht, wer sich mit sowas auskennt, eine Pace von irgendwie so sechs, was für mich total okay ist. Wenn ich super gut drauf bin, schaffe ich auch mal knapp unter sechs. Aber der läuft halt unter fünf, also vier irgendwas und so. Also der läuft normalerweise zehn Kilometer eine Viertelstunde schneller als mit mir. Eine Viertelstunde. Warum ist der eigentlich so fit? Wie, warum ist der so fit? Weil der halt, der geht jeden Tag joggen, der ist groß, der hat vier Meter lange Beine, der hat richtig, sieht aus wie ein Reh und also sowieso und hat lange Beine. Es ist ein Windhund. Es ist ein richtiger Windhund, ja. Ja, und der ist fit einfach. Das ist halt so ein Optimierer, der Kai. Ja, der trinkt kein Alkohol. Der optimiert sein Leben. Trinkt kein Alkohol? Weiß ich nicht, aber sieht er zumindest nicht so aus. Also der wird zumindest nicht jeden Abend irgendwie Alkohol reinschütten. Auf keinen Fall. Vielleicht trinkt er auch mal. Machen wir ja auch nicht. Nö. Jeden Abend so ein leckeres Bier trinken. Nein, das machen wir nicht. Machen wir nicht. Oder halbe Flasche Weiß, dann habe ich auch nicht getrunken. Nee, ich auch nicht. Klühwein gestern. Habe ich auch nicht getrunken. Nee, das macht man ja nicht. Das wäre ja schön blöd, jetzt nur weil Pandemie ist, hier immer so viel Alkohol reinzusaufen. Ich habe keinen Tegernseer getrunken gestern. Ja. Habe ich nicht. Und auch keinen Rotwein da hinterher noch. Ich habe auch nicht, weil der Wein noch nicht die Temperatur hatte, da einen Eiswürfel reingedonnert, damit ich den auf jeden Fall sofort trinken kann. An einem Montagabend. Ja, das gehört sich nicht. Und ich bin auch nicht deswegen extra ins KDW gefahren, um ihn zu kaufen. Ja, das ist alles nicht passiert. Ich habe nur gestern, Kai Pflaumen war wieder laufen, 10 Kilometer. Ja, das war das, mit einer Viertelstunde weniger. Ja, und da war er da mit so einem Jüngling, der war so richtig, der hat gemerkt, der hat ihn eher noch so mitgezogen. Ja, das ist ein Trainer, glaube ich. Das ist ein Trainer. Das ist wirklich blendend. Ja, und der Kontrast, der war nicht nur an der Pace zu spüren. Ja, so schnell werden da die Jünglinge ausgetauscht. Samstag war ich noch derjenige. Zack, kommt der Nächste. Aber seid ihr so schnell gelaufen, dass ihr euch nicht unterhalten konntet? Doch. Konntet euch unterhalten. Wir haben uns viel unterhalten. Okay. Ja. War das eine einseitige Unterhaltung? Nein. Oder ist, aber du hast schon Worte gesagt, oder nur so? Nein. Also jetzt nur mal so, falls ihr euch jetzt zu sehr so gefeilt in dieser Rolle, ne? Was denn? Das ist doch keine Schwäche. Nein, Moment, 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 Moment. Aus Kai Pflaumes Perspektive war ich langsam. Aus eurer Perspektive war ich super schnell. Ja, ja. Also nur so. Ja, aber uns macht das gar nichts aus, Klaas. Was macht dein Halbmarathon eigentlich? Ja, ich, also Schmini, es war jetzt wieder so klar, dass du jetzt da schon wieder so stänkern musst. Also ich habe die Hälfte des Laufels, habe ich über dich gesprochen. Echt? Ja, klar. Man ist ja im April, ne? Dass du jetzt wieder so stänkern musst. Ich will jetzt mal hier mal was sagen, ne? Also das ganze Thema, es kocht mir hier schon viel zu hoch wieder. Ob da jetzt jemand so im Marathon läuft oder nicht. Jetzt hier mal einer von uns mal jetzt so die Frage. Das spielt jetzt erstmal für die nächsten Wochen gar keine Rolle. Jetzt ist auch erstmal Weihnachten, das ist ein hoher christlicher Feiertagsspiel. Und dass du mich das fragst, so kurz vorm Heiligen Fest, da wollen wir jetzt gar nicht mal immer so die Lupe drauf, was da jetzt auch Fortschritte im Training, das will jetzt auch gar keiner mal wissen, Schmini. Und die Hörer auch nicht. Die wollen gar nicht, dass ich jetzt hier so ein Dauerthema hier immer mich hier so wichtig mache mit meinen Erfolgen und so. Jetzt ist auch mal gut. Ich werde an der Strecke stehen. Mit der Pipette trage ich das auf, die Informationen zu meinem Jahrhundert, dem Lauf des Jahrtausends. Und heute ist nicht der Tag. Werbung. So, jetzt erzähle ich euch mal was zu meinem und auch zum Lieblingsthema vieler HörerInnen. Na, hast du ja schon wieder so eine kleine Schokokugel da reingedrückt hier? Das ist viel im Anderen. Ich entschuldige mich, ich entschuldige mich, aber bei allen Leuten von der Firma Porsche, die mit Drive-Rente so ein fantastisches Produkt haben. Und es ist absolut respektlos und falsch, dass ich hier, während ich, wir oder Klaas uns jetzt erzählen will vom neuen Porsche Taycan und wie klasse der ist und was es für ein tolles Elektrogefühl ist, ist, dass ich hier Schokolade fresse. Das geht einfach nicht. Das ist auch nicht respektvoll im Umgang. Das ist so eine schöne Partnerschaft mit den Kollegen von Porsche. Wir reichen uns hier jede Woche die Hand und wir reden so gerne über ihre fantastischen Produkte. Und dann fresse ich hier, in der Werbung, fresse ich hier lieber meine Schoki. Ja, im Idealfall macht man das ja beides zusammen, aber ich kann dir sagen, also du musst die Schokokugel, die musst du schon auf dem Weg in den Mund schon ziemlich genau platzieren, dass wenn ich nämlich einmal aufs Gaspedal drücke, dass die auch wirklich im Mund ankommt und nicht irgendwo im Nasenloch steckt danach. Denn es ist nämlich eine unglaubliche Beschleunigung. Der Porsche.de slash Taycan. Ja, der ist tatsächlich ein irres Ding. Es ist tatsächlich ein voll elektronisches Auto, konnte man auch sehen, habe ich auch mal ein bisschen was aufgenommen und so. Und dann durfte ich damit rumfahren, bin dann auch zur Ladesäule und so weiter. Man kann mit so Power-Ladesäulen, kannst innerhalb von 20 Minuten das Ding auf 80% Ladestatus hoch schießen, das total schnell geht. Du bist da unser Mitarbeiter Tim auf die Nerven gegangen. Ja, was auf die Nerven? Naja, also den hast du vom Arbeitsplatz weggezogen und bist mit dem Taycan gefahren. So ist das. Am helligsten Tag. Ja, ich wollte nicht alleine fahren und ich wollte ihm das zeigen, wie schön das alles ist. Und das hat uns viel Spaß gemacht und man kann, das finde ich das allergeilste, so ein Geräusch anmachen. Das ist künstlich, weil das ist ja total leise, so ein vollelektronischer Wagen. Und man kann so ein Geräusch anmachen, dann klingt das wie ein Raumschiff. Und dann macht das so, wenn man an Leuten vorbeifährt. Und nach innen hört man das eben auch. Also, ich kann nur sagen, ich bin Auto-Enthusiast. Ich mag auch die Marke Porsche sehr gerne. Die waren jetzt bislang nicht bekannt dafür, elektronische Autos herzustellen. So wie viele andere Automargen eben auch nicht. Aber gerade da hat man sich gefragt, wie kriegt man denn das, was man so erwartet von so einem Auto, übersetzt in das. Hat sehr gut geklappt. Also, ich will das haben. Und wenn ihr noch einen überhabt, liebe Kollegen, liebe Freunde, möchte ich sagen, dann her damit. Schaut euch das mal an. www.porsche.de slash Taycan ist einfach interessant und macht total Spaß, das Ding. Werbung Ende. Wir haben ja gerade über Optimierer gesprochen, ne? Und in einem gewissen Bereich bin ich das auch, muss ich ehrlich zugeben. Na, was hast du jetzt wieder optimiert? Das Jahr, das Jahr. Fahr die Technik-Ecke ab, Schmitty. Optimier Prime. Ja, pass auf, ich fahre sie sogar ab, weil es macht mir halt, also das ist wirklich, da bin ich richtig stolz drauf. Wo ist es denn? Hier. Erfolge, Erfolge, Erfolge. Zum Jahresende hab ich mich optimiert. Es war ein harter Kampf bis dahin, es war eine lange Strecke, es war mein Marathon. Aber ich hab's jetzt pünktlich zum Jahresende noch geschafft. Ich hab jetzt die perfekte Auswahl an Ads zusammengesammelt. Was ich damit sagen will, man kriegt an Ads. Ich krieg in meinen Feed, in meinen Feed bei Facebook und so, nur noch Werbung, die perfekt auf mich zugestimmt ist. Ach, das ist geil. Das war ein harter Kampf. Ich hab, zeitlang hatte ich dann irgendwelche Creme, weil ich meiner Mutter mal was zum Geburtstag und so, falsche Sachen, die ich nie brauche, die ich nie will, das war so im Sommer. Da war es sehr schlecht, da stand sehr, und jetzt kurz vor Jahresende, kurz vor Weihnachten, kriege ich nur noch Sachen in meine Feeds gespült, die ich geil finde, auf die ich gerne draufklicke, die ich mir gerne angucke und wo ich denke, ach stimmt, das ist ja eine gute Idee. Also ich kann jeden nur anspornen und das ist wirklich ein Fulltime-Job. Wie macht man das denn? Ja, man muss sehr aufpassen, was man bei WhatsApp tippt, weil einmal, Dirk zum Beispiel geschrieben, ja lass mal zu Butter Lindner, kriegst du nur noch Butter-Ads. Und die willst du ja nicht. Also das ist mal mal schön, aber nicht auf Dauer. Dann sucht vielleicht dein Bruder, fragt dich, sag mal, was hast denn du für eine Matratze? Wenn du dem antwortest, alles kaputt. Das wirft dich um Monate zurück teilweise. Was ist jetzt deine Empfehlung? Also wie soll man es angehen? Nein, man muss es sehr genau, also über was man spricht, man soll nur über Sachen sprechen oder auch bei WhatsApp tippen, die man will. Und wenn man das eine Zeit lang gut macht, dann hat man irgendwann das Perfekte, das Perfektionierte. Ich bin perfektioniert durch Ads. Aber du hast uns zum Beispiel, weil das Problem ist nämlich auch Podcasts, das weiß man mittlerweile auch, werden auch ausgewertet, was man so hört. Wie das wird ausgewertet? Naja, frag mal unsere Hörer, wie viele da auf einmal völlig katzenlos jetzt Dreamies werben, um sie zu haben. Und zwar nicht, weil sie das selber gesagt oder geschrieben haben, sondern weil die es einfach nur hören. Und das ist ja so ein spezialisiertes Produkt. In Echtzeit wird das praktisch dann ausgespielt. Aber kurze Frage, liegt es dann daran, dass der Podcast laut in der Wohnung gespielt wird und dann hört das Handy das mit oder was? Keine Ahnung, ich habe mich da letztens drüber unterhalten, schöne Grüße nochmal, und habe da so ein bisschen was drüber erfahren. Und ja, also es ist halt, wenn man es so nutzt wie Schmidt natürlich, die schöne neue Welt. Es ist die schöne neue Welt. Verhindern kann man das ja nicht mehr, man kann ja nur das Beste draus machen. Das ist, ich muss nicht mehr ewig, da früher musste man durch den Otto-Katalog geplättern. PlayStation 5, PlayStation 5. Heute machst du halt Facebook auf und dann kriegst du halt gesagt, was du gut findest. PlayStation 5, PlayStation 5. Tayatelle Conta Tuvo, Schmidt. Tayatelle Conta Tuvo. PlayStation 5. PlayStation 5. Mercedes AMG. Mercedes AMG, mein Bauch tut weh. Ja, und so glaubt ihr, dass ihr euch dann die Welt zusammenbaut. Aber wir könnten jetzt auch den Algorithmus von unseren Zuhörern kaputt machen. Stimmt. Also man kann es auch andersrum nutzen, das ist so eine moderne Waffe. Man kann jetzt das selben versauen, dass die nur noch zugeschüttet werden mit Schwachsinn. Was will denn keiner? Was will keiner? Räumadecke, Räumadecke. Seidebarra, 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 Jogi-Tee. Geh wohl. Blasenpflaster. Georgs, die Schuhe, die atmen. Rumika, reintreten und wohlfühlen. Scheiße, ich darf den Podcast nicht hören zu Hause. Sonst ist alles wieder kurz vor Weihnachten. Treppenlifter, Treppenlifter. Ja. Okay. Naja, aber vor Weihnachten muss das ja eh durcheinander sein, wenn man dann ja für so viele verschiedene Leute irgendwie auf Sachen sich anschaut. Stimmt, weil man Sachen sucht. Man darf eigentlich nicht schenken selber. Man ist am Ende des Jahres, irgendwann wird Amazon einfach Weihnachten, was das andere betrifft, abstellen, dass man nur noch für sich selber sagen kann. Man muss eigentlich ein Fake-Profil aufmachen, wo man Sachen sucht, die man nicht dann später in seinem richtigen Feed haben will. Ah, stimmt, ja. Ja. Es ist alles für dich verrückt. Also schmurr mal es schmitt und dann sucht man die Räumadecke für die Mama aus. Genau. Das kriegen die bei Facebook nie mit, dass du das bist. Aber jetzt nochmal ernsthaft, könnt ihr, ich wünschte, ich könnte, also es gibt ja auch Leute, die demonstrieren dagegen und so, dass man da, der gläserne Mensch und so. Papa la Papp. Ich bin da ehrlich gesagt, also ich hab zum einen... Es ist supergeil. Ja. Es ist gut. Es ist mega geil. Weil wenn ich Fernsehen gucke, acht Werbespots interessieren mich gar nicht. Ja. Versicherung. Ja, egal. Ja, mein Ass. Ja. Wo sind die Pralinchen? Ja, genau. Einfach, genau. Es ist einfach... Das Ding ist, was man aber feststellt ist... Oh, ich mag auch geile Möbel zum Beispiel. Geile Möbel? Ja. Ich weiß nicht, ob geile Möbel jetzt ausreicht. Ist nicht spezifisch genug, ne? Naja, doch. Ist nämlich genau sehr spezifisch. Vitra, Vitra. Wenn man aber so mal nachdenkt, wenn man zum Beispiel früher hatte man vielleicht irgendwie Angst vor irgendwie so einer großen Familie, die einem vielleicht auf die Schnauze haut, wo man weiß, die kennen viele Leute oder so, ja. Und da muss man aufpassen, man sich mit keinem verscherzt, weil da gibt es dann großes Donnerwetter am Ende. Dann gibt es vielleicht auch Leute, die dann, also Politiker beispielsweise, haben dann Angst vor der Macht von der Boulevardzeitung, die sie dann zerquetschen und irgendwelche, weil irgendeiner was gesehen hat oder sonst was, ne? Und jetzt mittlerweile muss man ja sagen, dass man dieses Grundgefühl, und da geht es jetzt nicht um Leute aus der Öffentlichkeit, sondern so jeder, das hat man ja jetzt mit so Facebook. Weil so langsam wird einem so klar, es ist zu groß, man kann, also es ist jetzt einfach da. Es ist nicht mehr, man schafft das nicht mehr, es ist jetzt so verwoben und so in jede Ritze geflossen. Das geht nicht mehr weg, das ist jetzt einfach da und wir haben das verloren, die haben gewonnen und all diese Bedrohungsszenarien, die man sonst vielleicht von tatsächlichen existierenden Personen hatte, das ist jetzt so eine dunkle Kafkaeske Maschine, die man nicht mehr versteht, die aber bereits alles weiß und alles, was in irgendeiner dystopischen Zukunft uns mal so vorgebetet wurde in Filmen, Büchern oder in irgendwelchen philosophischen Aufsätzen von vor 100 Jahren, haha, es ist alles da, haben wir alles falsch gemacht, da ist es. Ja, aber die schicken ja Einrichtungstipps. Das ist halt das Geile und so und da muss man auch sagen, es hat nicht nur Nachteile. Ja. Genau, die schicken Einrichtungstipps, man kriegt irgendwie geil Katzenfutterwerbung und so, man darf nicht da jetzt hingehen und sagen, alles kritisieren und irgendwie alles schlecht reden daran, finde ich auch. Aber weißt du, was die schon, das möchte ich ja wirklich mal sagen, das beobachte ich als ganz ernsthaften Gedanken an mir selber, dass sie natürlich durch diese ganze spezialisierte Werbung die Unzufriedenheit immer am Köcheln halten. Immer wenn man was gekauft hat und sagt, jetzt habe ich das auch, was ich unbedingt haben wollte, unbedingt haben wollte, mit dieser Intensität, in der man früher bei vier Wochen Nordseeurlaub nach der dritten Woche endlich das Schiff für den Brunnen im Dorf gekriegt hat. Mit dieser Intensität will man ja die Sachen haben sofort und kauft die sich dann und dann stellt man aber fest durch seine Personalisierung, es gibt ja auch noch andere geile Sachen, die will man dann unbedingt und irgendwann werden die Intervalle immer kürzer, wo man unbedingt das nächste haben will. Und das hält einen latent unzufrieden. Aber manchmal macht es einen auch darauf aufmerksam, für was man sich offenbar interessiert, weil ich weiß, das ist ja ganz interessant. Wisst ihr, welche mir die kurioseste Werbung war, die mir angeboten wurde in den letzten Wochen, war eine limitierte Auflage einer Jacke Merchandising von dem Boxer Tyson Fury. Boah, das finde ich aber geil, wenn du die Jacke hättest. Ja eben, ich auch, ich auch. Das ist ja, die ist limitiert. Aber wie hast du dir denn das ergoogelt? Die kostet irgendwas, 100 Pfund kostet die, bitte? Also wie hast du dir das denn eingefallen? Er trägt doch immer so gern so Merch-Sachen, so coole. Ne, das gar nicht, ich gucke viel so Box-Videos. Das ist tatsächlich das Ding, es gibt so viele so Klassiker-Box-Videos, so alte Sachen von Mike Tyson und von der so. Das gucke ich mir halt einfach gerne an, mag ich gerne und das kannst du halt in einer Reihe, kannst du dir ein Box-Video nach dem anderen angucken und dann gibt es da natürlich den George Foreman-Grill und so. Ja, so, ne, das ist einfach was anderes, aber wenn dann so bei der Pressekonferenz, beim Wiegen, beim Steardown, wenn dann schon was passiert und so, ne, da gucke ich halt gern so und so, aber das mache ich unbewusst. Ich bleibe dann da so hängen und gucke mir das dann so an und das ist ja nichts, über das ich jetzt wahnsinnig lang darüber nachdenke, aber als ich dann so dachte, ey, das ist eine super spezielle Sache jetzt, diese Jacke von Tyson Fury, wo hinten Gypsy King draufsteht. Das fände ich aber gut, wenn du die hättest. Ja, irgendwie schon, ne, und ich dachte halt, ich interessiere mich zu 100% für dieses Produkt. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ich mich für so ein spezielles Produkt will, dass ich wahrscheinlich 19 von 20 Leute nicht interessieren würde und warum interessiere ich mich jetzt auf einmal dafür und warum habe ich jetzt diese Werbung hier? Das wäre dir durch die Lappen gegangen, Tyson Fury. Du wärst einfach so zufrieden gewesen mit dem, was du hast. Ja, aber ich bin auf dem Shop von seiner Homepage gelandet. Also ich meine, durch was für verschlungene Wege muss man durchs komplette Internet fahren, ja, damit man da landet. Ich war ja nicht bei Amazon oder bei, ich weiß der Kuckuck was, sondern auf seiner eigenen Homepage. Ja. Ist doch verrückt. Ist wirklich verrückt. Ja. Ja, und wann kauft ihr die? Ja, hab ich jetzt noch nicht gemacht. Muss ich jetzt, ja, muss ich jetzt, muss ich jetzt wohl tun, ne? Ja. Da werden die aber Augen machen im Büro, wenn du da mitkommst. Und ich hab aber auch sowieso Angst, also ich, also ganz ehrlich, bei aller Partnerschaftlichkeit, die ich auch mit sozialen Medien als Mensch zu dieser Maschine verspüre, möchte ich das jetzt auch nicht verärgern, die Maschine. Also wenn die jetzt sagt, kauf das, dann mach ich das halt lieber, damit der Liebe Frieden gewahrt ist. Ja, ja, die Beziehung. Ich will jetzt auch, ich will das jetzt auch nicht provozieren, damit ich ein gutes Verhältnis weiterhin dazu hab, weil ich hab ja als Bürger nichts zu verbergen und ich möchte ja ein partnerschaftliches, gutes Verhältnis auch die nächsten 50 Jahre noch haben mit den sozialen Medien und wenn man da jetzt einfach so einen Streit anzieht, nur weil man sich eine Jacke nicht kauft, die einem da vorgeschlagen wird, ja, dann hat man halt einfach einen Ärger am Hals, den man nicht braucht. Schlimmer als jeder Araber-Clan. Ja. Viele ZuhörerInnen wollen ja vielleicht auch mit diesem Podcast ein partnerschaftliches Verhältnis halten und wahren, ne? Es ist ihnen natürlich auch wichtig, dass wir so, wie wir sagen, down sind nach wie vor, dass wir so einfach auf derselben Ebene, auf derselben Welle schwimmen und es ist ja so, wir, also wir drei, kommen hier jede Woche, kommen wir hier hin und geben alles und erzählen jeden Scheiß, der uns ins Hirn fällt, für die Leute, damit die eine schöne Stunde haben. Und ja, was erwarten wir eigentlich? Es ist kostenlos natürlich der Podcast, ja logisch, überall erhältlich. Wir erwarten so wenig. Wir erwarten aber schon eine Sache, ist mir jetzt nochmal so eingefallen, die Leute sollen uns abonnieren. Ich möchte einfach, dass ihr uns abonniert und wenn ihr uns nicht abonniert, dann, die ihr das jetzt hört und uns nicht abonniert habt. Euch mag ich nicht so gern wie die anderen. Das kann ich ganz klar sagen. Mit euch verbringe ich die Zeit nicht ganz so gern. Nicht ganz so gern. Aber, ähm, was mir jetzt auch noch auffällt. Ist ein Schritt. Ja. Ja, und der nächste Schritt ist, Klaas, es gibt jetzt für ganz perverse Hörer, gibt es jetzt was. In diesem Moment, wenn man diesen Podcast hört, gibt es einen sogenannten Ort im Internet, wo ihr durch, wenn ihr wirklich, da müsst ihr mehrfach einfach nur falsch abbiegen, dann landet ihr in diesem Ort. Und da müsst ihr euch vorstellen, da stehen wir drei mit so einem Bauchladen, haben so einen Flohmarktstand und wir haben jetzt, da ist es auch ein kalter Winter und so, wir haben jetzt ein paar warme Sachen für euch. Es gibt, tatsächlich, kurz vor Weihnachten, als wenn, Kollege Zufall. Ich muss doch Musik anmachen. Ja, setz dich mal ans Orchester. Es gibt jetzt, kurz vor Weihnachten, im Jahr 2020, das erste Mal die exklusive Gelegenheit für perverse Baywatch Berlin Fans, sich komplett in den T-Shirts und in den Klamotten ihrer Idole zu kleiden. Es gibt für Sie exklusiv im www.studio-bummins.de slash shop Baywatch Berlin Merchandising. Alle Artikel sind original von euren drei Kulthelden designt, erdacht und genäht worden. Die drei Kulthelden wurden gefragt, in welcher Stückzahl die T-Shirts angeschafft werden sollen. Und wir haben nicht 100.000 gesagt. Wir haben nicht eine Million gesagt, sondern 500.000, ungefähr. Und dann meinten die von Bommens, ja, wir sollten vielleicht mal mit 300 anfangen. Es ist so witzig, weil es ist leider die Wahrheit. Und wir haben es uns jetzt schön geredet. Noch kurz davor haben wir gesagt, naja, das macht ja die Playstation genauso. Das ist nämlich künstliche Verknappung. Du warst gerade, du tust jetzt hier so auf witzig, ne? Du hast gerade da draußen gesessen mit ernster Miene und da war das hier überhaupt nicht so ein Witz. Da hast du gesagt, Rammstein machen das auch. Und das war überhaupt, da schwang gar kein Humor mit. Ja, das Dumme ist, das muss ja vorgestreckt werden, das Geld. Das muss ja produziert werden. Vorgestreckt, das klingt schon wieder so unseriös. Ja, als ob du von so einer Klassenfahrt redest. Geborgt. Ja, und Studio Bummens meinte dann halt so, vielleicht fangen wir mal mit einer kleinen, feinen Stückzahl an und testen das erstmal aus. Sag mal, wir machen hier gerade Werbung für unser wichtigstes Produkt und du frisst hier Rott. Ja, weil ich so angespannt bin. Ich muss mir halt mal beruhigen. Weil ich schmitte hier recht, es sind jetzt viel zu wenige Shirts. Ja, also es gibt nicht viele, das heißt, haut rein. Wenn ihr also selber euch beschenken wollt oder wenn die Tyson Fury Gypsy King Jacke vergriffen ist, weil ich das einzige Stück auf der Welt mir gekauft habe, dann könnt ihr ja nochmal zum Beispiel das Baywatch Berlin Tour T-Shirt euch kaufen. Aber wir müssen das, man sieht das doch jetzt gar nicht im Fernsehen, Klaas. Wenn du sagst, das Tour T-Shirt, wir müssen es ja beschreiben wahrscheinlich. Ja, was wollte ich denn gerade machen, du Einstein? Achso. Also, es gibt das Baywatch Berlin Tour T-Shirt. Das sieht also aus tatsächlich wie von einer großen Tour, die wir hier gemacht haben. Also, wir haben so eine Tour gemacht, wie letztendlich Jürgen von der Lippe, der drei Wochen hintereinander in der Universität der Künste praktisch die Leute zu sich kommen lässt. Und dann ist es eine Tour gewesen, ohne dass der Künstler verreisen muss. So ist das ja hier auch ein bisschen. Dann haben wir ein blauer Haken T-Shirt, ja. Extra aus der Thomas-Schmidt-Kollektion. Jeder kann ein Schmidt sein. Jeder kann ein Schmidt sein. Blauer Haken für alle. Es gibt ein T-Shirt mit deiner Katze drauf. Das sieht wunderschön aus, das muss man sich angucken. Es macht absolut keinen Sinn. Die Katze guckt aber krimmig und hat eine Fernbedienung neben sich. Ich finde, das muss reichen für Merch. Das sah Studio Bumms auch ein bisschen anders, aber ich konnte mich da durchsetzen. So ist es. Und dann gibt es noch so Basic-T-Shirts, wo einfach nur so Baywatch Berlin draufsteht in einer ganz tollen Schrift. Das kann man natürlich auch anziehen, damit ihr euch auch gegenseitig erkennt. Darum geht es auch, dass ihr praktisch im echten Leben einfach wisst, ah, guck mal, das ist auch so einer. Und dann könnt ihr euch so anfreunden. So zuzwinkern. Gehört euch zuzwinkern und dann könnt ihr wie so Enduro-Fahrer, die sich grüßen oder so. Das ist übrigens so, aber alle Baywatch Berlin-Hörer grüßen sich. Ja. Das ist so. Genau. Bislang wussten sie vielleicht nicht, dass der andere das auch ist. Jetzt kann man sich selber kennzeichnen und zieht also über die dicke Winterjacke einfach so ein XL-T-Shirt nochmal drüber, dass ihr auch draußen erkennbar seid. Vielleicht würde clevere Leute würden noch sagen, oh ja, ist das denn noch lieferbar vor Weihnachten? Also kann ich das meinen Liebsten schenken oder beim Schrottwichteln bin ich da ganz weit vorne? Ja. Wenn man es jetzt bestellt, ich glaube es gibt ab 12. Ab 12. Dezember ist das online. Elften höre ich gerade. Heute praktisch, wenn du es hörst. Ach richtig, heute. Sie sind ja Profi. Guten Morgen. Also jetzt in den Shop und ihr habt Weihnachten ist gerettet, auch unterm Weihnachtsbaum. Studio-bummens.de slash shop. Sagt mal, ich habe ein bisschen Angst, wisst ihr, was ich morgen machen muss? Was denn? Ich habe doch mal im Sommer angekündigt, dass ich diese Generalüberholung da, diese Körperrevision, die musste ich ja mal machen und so und da haben wir in einem Schlauchboot schon drüber geredet und dann ging das ja immer nicht und dann habe ich das immer verschoben, verschoben, verschoben und jetzt gibt es also die Möglichkeit und morgen ist es soweit. Ich muss da morgen hin. Morgen und übermorgen. Jetzt hast du den Salat, ne? Die brauchen zwei Tage, um bei dir in jede Luke reinzugucken oder was? Zwei Tage kommen die mit der ganz kleinen Mekleid und gucken in jedes Loch. Ja. Ja und schreiben auf, was sie da gefunden haben. Genau. Das ist der Plan jetzt. Das ist ein Horror. Ja, das ist ein bisschen Horror und ich habe mir, also ich habe mir ja selber so gefallen in dieser Vernunft, in der ich das also geplant habe und auch nach wie vor, also dieses Gefühl kann ich immer noch abrufen, aber jetzt ist es soweit, dass ich da hin muss und ja, jetzt werde ich einmal von oben bis unten durchgeguckt und dann ist natürlich die große Frage, will man es eigentlich wissen, ne? Soll man den Kompost schon bereithalten? Ja, eben, deswegen, also dass ihr vielleicht schon mal ein paar Eierschalen zu Hause nicht wegschmeißt, den Kaffeefilter auch nochmal daneben legen, weil wer weiß, ne? Du darfst doch bei mir auf den Kompost, da darfst du rauf, ja. Nee, ich muss, nee, da habe ich eine Abmachung mit Joko. Das ist ja Promiekompost. Nein, 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 du weißt ja, du kennst ja den Plan von Joko und mir, dass der, der früher stirbt, weil der andere hat ja einen Nachteil dadurch finanziell, ne? Weil dann auf einmal diese Joko und Klaas Geldfluss abreißt, wenn einer tot ist. Also erstmal natürlich nicht schlecht, ne? Ja. Aber dann so auf zehn Jahre gerechnet wird es natürlich weniger und deswegen hat Joko dann mal gefragt in einem privaten Moment, ob es okay wäre, wenn ich, falls ich vor ihm sterbe, in seinem Vorgarten, was ich mein Grab haben könnte. Da ist auch noch geraucht, die Frage lag auf der Hand, ja. Genau, dadurch kam das häufiger mal halt so zur Sprache. Und ob er dann nicht vielleicht irgendwie dann doch mich noch bei sich haben könnte, auch wirtschaftlich, dass er dann Eintritt nehmen könnte, wenn mich jemand am Grab besuchen würde, weil das ja auf seinem Grundstück dann wäre. Und er würde sich dann halt auch kümmern, er würde da auch regelmäßig frische Blumen hinlegen und äh... Kriegen Schmitti und ich auch was von dir? Ja, was wollte er haben? Na, weil wir sind jetzt ja neu in deinem Berufsleben praktisch, so an deiner Seite. Das fände ich jetzt ein bisschen unfair, muss ich einfach sagen, wenn Joko halt 100% von deinem Kadaver kriegt und Schmitti nicht glotzen in die Röhre. Also, weil wir würden auch irgendwo eine Fläche finden, wo wir was ausstellen können. Ja, also... Und das ist auch echt klar, das muss man auch sagen, auch rechtlich ist es so und muss ich jetzt auch unbequem werden, selbst wenn es so ums Thema Erben geht, ne? Da kann der Vater machen, was er will, aber den Pflichtteil gibt's, ne? Das sind, glaube ich, so um die 30%. Ja, es ist alles in Ordnung. Ich würde das halt, ich finde es halt gut, dass wir es heute besprechen, weil es kann sein, dass in dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, da kann die schlimme Nachricht schon in der Welt sein. Was wollen wir denn haben, Schmitti? Also jetzt von... Einen Fuß? Also von seinem Körper... Ich hab die ganze Zeit gedacht, wann hat er seinen Fernseher gekauft, von dem er vorhin gesprochen hat? Nee, der interessiert dich nicht. Und du redest jetzt von so einem Körperteil? Nee, der interessiert dich nicht. Nein, es geht wirklich, dass wir auch was ausstellen können, damit der Cashflow bleibt. Darum geht's doch. Ja, ich weiß es nicht. Gunther von Hagens mäßig. Wollt ihr mich präparieren? Ja, genau. Also vielleicht irgendwie eine Hand oder so. Wäre halt eine nette Geste an uns. Eine Hand? Ja. Eine Hand. Weil Joko kriegt doch alles. Also er kriegt aktuell 100% vom Körper und dann wollen wir was von abhaben. Kann man sich die Sachen auch... Was willst du denn, Schmitti? Kann ich mir das selbst auch einbauen lassen? Ich würde deine Waden nehmen. Die sind so geil. Es geht doch nicht, dass du geil aussiehst, dass du klasse, geile Sportler, Kletterwaden kriegst. Die will jeder gern. Ich würde das recyceln. Es geht darum, Schmitti, was wir in deinen Garten graben, damit wir da 5 Euro abkassieren können. Also das stößt nochmal eine ganz neue Tür auf. Dass er meine Waden haben will. Also ich kenne dich ja... Ja, die sind sexy, ja. Ja, verstehe ich auch. Wie so stutzen würde ich mir die so rein. Oh Gott, ey. Also ich hab ja wirklich, man hat ja manchmal den einen und man kennt sich, ne? Dann kommt doch nochmal die große Überraschung, ne? Also gut, ich sag euch erstmal Bescheid. Komm, wir machen das mal so. Also es wird ja nur nicht direkt am Freitag soweit sein. Ja, aber dann stehen wir da. Weißt du, wenn du jetzt nicht so eine Verfügung... Ja? So. Ja. Da gibst du ein bisschen Propofol und dann will ich alle umarmen danach und alles ist okay. I love you. Ja? Das ist komplett in Ordnung. Ja. Ich möchte dann, also auch in eurem Interesse, spontan entscheiden, wenn man auch mal weiß, was noch gut ist. Ja, die Wade. Ja, stimmt. Du hast recht. Es gibt ja auch bei der Inspektion, hast du immer den Befund. Wischerblätter gewechselt, Achsen vermessen, dass wir dann einfach nochmal raufgucken. Genau, eben. Also lass das dann mal. Also toll, 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 toll. Ja. Gibt es einen konkreten Satz, den du da auf keinen Fall hören willst? Ähm. So, einfach, dass sie so, oder so, dass sie so, uh. Ja, genau, wenn sie sagen, setzen sie sich da mal hin kurz. Oh. Ja. Das will man nicht hören, ne? Das will man nicht hören. Nee. Wir haben da eine Sache, über die ich mit ihnen sprechen muss. Oh. Das will man auch nicht hören. Ja. Man will einfach nur hören, ja Mensch, also, toll, super. Ich will da eigentlich wieder gelobt werden. Sie haben ja sexy Baden. Sie haben ja sexy Baden. So was will ich hören, ne? Ja, mal gucken. Ich mach das immer. Von dem Termin ein bisschen hoch, lassen sie mal die Eier weg. So was. Genau, und die Eierschalen können sie auch aus der Hand nehmen. So schnell ist es nicht. Jetzt hab ich ein bisschen die Stimme runtergezogen, ne? Ja, ja. Ja, weil wir ja auch denken, wir müssen mal. Nein, 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 Moment. Weil, nee, man merkt schon, das ist nämlich ein interessanter Tanz auf Messerschneide, man merkt schon, dass wir alle so im Bereich Humor noch so sind, ne? Das ist schon so witzig. Aber man kann nicht ganz umhin, dass man natürlich, ich genau wie ihr, dass man denkt, naja, spannend wird's trotzdem. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist nicht nur witzig. Nee. Nee, es ist nur witzig. Weil du bist halt so jemand, du würdest das deswegen nicht machen, weil du auch schon, das ist das, für dich ist das Briefkasten aufmachen XXL, ne? Richtig. Das wäre halt zum Arzt gehen und mal gucken, was ist los, ne? Also Schmitty, du musst ja echt dringend mal in deinen Briefkasten gucken. Wer da alles wieder was reingestopft hat. Ich denke mir dann auch immer so, soll doch Glas das erstmal ausprobieren. Ja, finde ich auch. Aber hat natürlich überhaupt keine Aussage darüber, wie es, wenn er da durchkommt wie eine Eins, ne? Heißt das bei mir nichts. Ja, das ist tatsächlich eine grundlegende persönliche Einstellungssache, will man's wissen oder nicht. Es ist eine philosophische Sache, eine Charakterfrage. Ja, eigentlich ist es nur dumm. Es ist auch keine Charakterfrage. Und also, die einzige, noch schlimmer, als wir müssen, das Schlimmste, was ja nach dem Satz folgt, wir müssen mal was besprechen, wäre ja, wären sie mal früher gekommen, jetzt können wir leider nichts mehr machen. Ja. Und ich sehe ja, ich weiß ja, ich bin ja intelligent genug zu wissen, dass es das Dümmste ist, diesen Briefkasten nicht ab und zu mal zu entleeren. Also deswegen, apropos entleeren, da kommt auch einiges auf mich zu noch. Aber die, wie soll man sagen, Nachricht, die vielleicht von dieser Geschichte und auch von diesem Spaß ausgeht, die ist jetzt stellvertretend an euch, weil ihr sitzt da hier nur mal gerichtet. Aber zum Ende des Jahres, gerade eines Jahres 2020, Leute, kümmert euch um euch. Und ja, ich sag das jetzt vorher ganz bewusst, geht da mal hin. Und wenn ihr merkt irgendwie, links kann man nicht mehr kauen, kaut nicht einfach ein Jahr lang rechts, sondern geht halt mal zum Zahnarzt und macht auch alle anderen Sachen. Das ist übrigens auch noch eine Sache, ich gehe am Freitag noch zum Zahnarzt. Und zwar nicht, weil ich was hab, sondern weil ich nicht wieder beim Notdienst sitzen will. Auch so eine Sache. Dann ist Weihnachten, dann ist Neujahr, dann ist das sogenannte Zwischen den Jahren. Alle sind irgendwie nicht mehr besoffen und nicht mehr in der Praxis. Und ja, und dann heißt es Notdienst im Lockdown. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, auch nochmal so eine Empfehlung an die Hörer und an euch zwei hier. Schmitty, wenn er jetzt schon so angibt, wie wird es sein, wenn er da mit seinem Persilschein rauskommt? Ich wünsche mir eine Sache. Wie wird das nächste Woche sein? Die Frage ist wirklich, ob wir nächste Woche kommen sollten, Schmitty. Ich will für 2021, wünsche ich mir von diesem Podcast, dass wir aufhören. Wirklich, es ist mittlerweile auffällig, dass wir so viel über unsere verschrumpelten Buddys reden, über den innerkörperlichen Zerfall und so. Nein, nein, nein. Tun wir nicht. Doch, wir sind noch so kurz, es kommt zu 99% immer von dir, Klaas. Ja? Immer von dir. Weil du das nie hören willst. Nee, es ist so eine Opa-Nummer hier rein, so wie die Alten im Altenheim, die sich die Krankheiten aufzählen. Nein, nein. Doch, das ist fürchterlich geworden. Also, er ist hier am Ende. Wir lassen das jetzt. Komm, wir lassen das. Dieser Podcast ist jetzt für diese Woche beendet. Nächste Woche kannst du uns eine halbe Stunde erzählen, wie geil dein Buddy ist. Ich sag dir nochmal eine andere Sache, Thomas. Hier, wie er hier frisst. Er hat jetzt den sechsten ****. Wenn er so weitermacht, hat er am Ende von diesem Podcast Diabetes Mellitus und es fallen ihm heute noch die Beine ab. Das ist das, was dir hier droht. Ja, lass ihn doch. Du verschließt die Augen davor. Schmidi, du kriegst ein Bein. Gratis. Du musst dich immer fragen. Du kriegst ein Bein von mir. Ein ****-Bein. Kein Raucherbein. Kein Trinkerbein wie Tony Marschall. Der Name wird gepiept, weil die haben uns das hier nur geschenkt und die kriegen nichts von uns. Wird gepiept. So, jetzt sind wir schon am Ende, weil ich hab noch Sachen auf dem Herzen. Was denn? Punkt 1. In der letzten Woche haben wir oder habe ich behauptet, dass Dresden oder Leipziger Stollen hat irgendwie so ein Stollen, das ja trocken ist wie Arsch, ne? Da haben mir ungefähr 50 Leute geschrieben, der ist doch nicht trocken. Nee, der ist nicht trocken. Mach doch mal, wie die reden in Dresden. Wir reden die, weil mir ist es entfallen. Der ist nicht trocken. Ich pass mal auf, hör auf. Ich schick dir den. Hast du eine Adresse? Ich kann es nicht gut. Hast du eine Adresse? Und dann hab ich natürlich bei 50 Leuten gesagt, ja selbstverständlich, schick den zu Studio Bummens. Und die werden jetzt hier sich alle, türmen diese Stollen aus ganz Ostdeutschland, wo die ich praktisch pauschal als trocken bezeichnet hab. Und wir werden nächste Woche hier zum großen Stern-TV-Stollentest blasen. Das heißt, ich werde die hier alle aufbauen. Wir machen eine Blindverkostung und wir arbeiten uns einmal durchs Stollengebäck und werden am Ende uns ein finales Urteil erlauben können. Welcher Stollen trockener ist. Der Dresdner oder der Leipziger, der Erfurter oder der sonst wie Stollen. Und dazu werde ich noch den ganz billigen vom Supermarkt mitbringen, der immer natursaftig ist. Und dann werden wir ein großes Urteil fällen. Das ist so wrong. Alter, die Playstation 5 ist draußen. Die neue Xbox ist draußen. Wir hätten so viele Möglichkeiten, hier einen Verbrauchertest zu machen. Und stattdessen machen wir den mit Christstollen. Wenn du es körperlich noch schaffst, bis zum nächsten Verbrauchertest, möchte ich sagen. Das ist mein Teasingversprechen für nächste Woche, für die nächste Folge Baywatch Berlin. Hier kommt es zum großen Stollentest. Und vielleicht ist auch noch ein Koffer, den wir versteigern. Kann auch sein. Weiß ich noch nicht. Vielleicht bringe ich irgendeinen Koffer von mir zu Hause. Und ihr könnt dann den Koffer ersteigern, den Koffer. Vielleicht kommt auch noch Petro Lombardi, erzählt was, wie es ihm ergeht gerade. Hä? Wenn sie so ein bisschen Stern-TV hier machen. Ach, Stern-TV. Ach so. Kann dann noch so einer, dieser eine Typ kommt und so Schutzhüllen fürs Handy testen? Ja. Indem der so Eisenkugeln auf so eine Titan-Hülle drauf fallen lässt, aus verschiedenen Hüllen, um zu gucken, wann es kaputt geht. Nein, großer Stollentest. Und kann dann noch so ein Bernardiner kommen, der irgendwen aus einer Lawine gerettet hat? Kann er auch kommen. Ja. Und weil mir ist schon auch wichtig, dass es ab nächste Woche hier ein bisschen mehr Weihnachten ist. Ja, Familie Ritter kommt auch. Wenn wir schon bei Stern-TV sind und Weihnachten, dann muss ich sagen, dann mit alle. Man kann ja zwei Haushalte dürfen ja. Das heißt, Familie Ritter und wir. Na komm, ein Auge zugedrückt, da sind es drei Haushalte. Familie Ritter als Familie sind wahrscheinlich schon zwölf Haushalte. Ja. Also komplett zusammengerechnet alle, ne? Also Ritter können wir selbst. Die brauchen nicht mehr. Branko live. Also wie gesagt, wir haben den großen Stollentest und ich werde dafür sorgen, dass es hier mehr Weihnachten ist. Und wir können dann auch mal langsam planen, wie wir praktisch Bescherung machen hier im Podcast. Nicht nächste Woche, aber wir müssen es einmal planen nächste Woche, wie wir dann in den Folge und Bescherung, das wegen unserer Geschenke. Ach, die Geschenke von Studio Bummens, die wir kriegen dann. Die können wir auspacken. Die packen wir dann auch aus. Ja. Ja. Okay. So, und dann wollen wir noch hinweisen, am Montag ist wieder Late Night Berlin. Greatest Hits, Teil 2. Ja. Da geht es um die besten Sachen, die im Studio stattgefunden haben, ne? Ja, und da sind wir mit dem Sofa von Klaas auch nochmal an Orte in Berlin gefahren. Das glaubt man so gar nicht. Ne, das stimmt. Ja, da bin ich mit meinem Sofa nochmal richtig durchgestartet. Ja. Und da könnt ihr gerne reinschauen. Und das Tolle ist, es kamen zwei Prominente mit auf das Sofa, die wir durch Zufall getroffen haben. Ach sicher, genau. Aber wir sagen nicht mehr. Wir haben die fast mit unserem Sofa überfahren. Richtig. Und die haben gesagt, hä? Was ist da Klaas mit seinem Sofa? Da sind wirklich Prominente aufs Sofa gesprungen. Ja. Einmal. Richtig super Prominente. Ja. Die jeder kennt. Ja. Haben wir zufällig in Mitte getroffen. Genau. Und die sind dann mit uns uneingeschnallt aufs Sofa gesprungen. Ja. Weil das Klaas mit dem Sofa vorbeifährt, das kannten die schon. Aber das dann gefilmt wurde, hat die dann so zu bewogen, mit aufzuspringen. Ja. Ja, Wahnsinn. Also guckt da mal rein. 23.10 Uhr am Montag. Die Greatest Hits, Teil 2 von Late Night Berlin. Ja, ich wünsche euch jetzt mal bis auf weiteres. Weil ich habe ja morgen meine Untersuchung. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt weitergeht. Ich hoffe halt natürlich, dass wir hier gemeinsam durch den Advent kommen. Aber versprechen kann ich gar nichts. Ja, schreib uns im Kerzchen. Ja. Ich habe wirklich überlegt, lohnt sich für mich ein Adventskalender. Mit so viel Ungewissheit. Also, macht's gut. Alles Liebe. Alles Gute. Alles Gute. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt. Das ist ein Das ist eine Stliche-Bummens- Bisade. Bis zum nächsten Mal.